angenommen überhaupt ja naja ich lauf hier gerade die ganze zeit hin und her gut wenn die alte da vorne anquatschen pipapo und tralala und bitte hier noch alles machen naja olle muslimo hat das ja schon gemacht nicht weglaufen ja hab ich ich soll nicht weglaufen ascha nicht weglaufen ich spreche mit ralma blablabla ich glaube das geld noch alles vom tutorial roll escher ein ja die laufen schon machen die mission naja ihr müsst jetzt hier ein paar bären töten hier standen auch legendären späbern ich stand da unten okay oder kann ich mal meinen spell schnell ausprobieren oh ja das nennt ich aoe damage auch noch zwei von den falschen werden getötet wo sind denn alle so begibt er zu den ort an dem erscher wartet diga wo wartet die denn um um wartet ihr um in welchem brunnenviertel naja ich sehe schon da oben was fehlt dir noch nico problem ist wenn er das macht dann geht das nicht um ein konto eigentlich ja wenn du brauchst du dann nur an hätten eigentlich du musst die erste schlackmann meine freunde gesehen der kill muss 50 prozent also über 50 prozent muss sein verdienst sein denn zählt es erst bei ihnen an ist in dem rpg so ach so scheiße blöde alter falschen werden war dass die blauen die aufgabe überquert die brücke die stein kurze brücke denn sollte genau kommt jetzt danach wieder nach jeder einsamen nicht schaft ja ja hätte ich noch einen kampf wollen jetzt muss ja über 50 geht auf eine kappe ja perfekt hey guck mal ich hab ja auch ein hundeformat ja hab ich auch schon gesehen ja über quert die steinmutter drücke und guck nach escher ja gut dann warte ich da mal hast du fertig ja ich bin jetzt auch super auch so wie du die dort fertig die jungen ist auch stufe 8 er wusste jetzt richtig zusammen zu lesen ich habe post bekommen wo sind denn alle es muss die dinger hier sagen ja hier stehen eine instant kombo läuft ich auf jeden fall mann hier also mann hier ist es mit dir in ordnung egal was den outfills geändert und die haare hat sie auch geändert die meine hat sie gott aus wird gönnert ja und schön knapp kaputt ich kann mir mal gleich in loggern die er ist essen dann arbeiten ich mache jetzt ein auf links komplett bein frei was er ohne so viel an ja das ist ein tattoo oder ist einfach so dass das freizuge angezogen als ich was mit ihr du hast doch in real life bin ich der fuckboy also wie schaut das fuck nur weil du ganz mit seiner komischen euren da rumpimperst oder alter durch die ganze zeit die orde ficken tour da ist es die ganze ich bin der fuckboy von potzern alles klar also zeigt man erst den brief blablabla muss man machen schon na dann müsstest du die brücke lockerung scheiße da haben wo sind sie denn alle überhaupt überquere die steinwurzelbrücke und so war mal gucken fertigkeiten habe ich zwei neuer ich bin gerade bei patrick der macht sie gerade hier fertig ist sie warum kannst du eigentlich nur die aktiven fähigkeiten zurzeit nehmen waren alte sachen die du hast hier bei den händen ich meine die angezeigt werden eigentlich kannst du machen zurzeit auf kremen mal gucken und welche fähigkeiten habe ich ja mal gespannt da hast du den händler wer ist der von der katze wassperr ohne was sehen soll wie sich mit der beute da überm kopf ach so die helle version von dir erst mal alles was ich brauche verkaufen liebe ich ja sowas immer hat mich gesehen so sieg für valkion eigentlich brauchst du keine rüstung kaufen die kriegst du ja meistens immer ja deshalb so gut wollen wir können wir wo ist denn der wo ist denn der prankboy derik springer na wir sind hier hinten schon da wo lang du seid schon über der brücke wir stehen hier zu dritt wir stehen hier zu dritt ja da hinten ist er doch irgendwo da da läuft er doch halte richtung hier guck mal hinter dir guck mal auf der karte einfach guck mal hinter dir guck mal hier ach da ja ja wo wo ach die ach das ist doch hier eine brücke alter auf geht da angriff äh ein tank muss vor der dicke panda muss vor er muss den schaden einfach das wäre ein zufall dass die männer wieder mehr einstecken als die frauen und wir die hintere verteidigung sind ca ja mega ging ja grad easy ja ach du knatt isch ja klar ja na na wow schuss ja da kann aber nicht Florian Das winkt den Orkanaufseher der Aradone in der Aradone zu erinnern. Hier ist er. Oh. Alter. Warte. 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 Hier ist er. Hier ist er was. Jo. Hier geht er zum Hofe des Tempels. Da hinten. Und was willst du denn von mir? Kleines Fischer. Loot, 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 alles loot. Alle für einen, einer für alle. Ja. Bertel, sprich mit Bertel. Er kümmert sich um die verletzten Soldaten. Da ist er. Voll vorbeigesand, Alter. Wenn wir jetzt mal schnell einen Ring bekommen. Schöner blablabla. Tapp. Kann ich zwei Ring annehmen oder einen Ring? Ich weiß nicht. Ich hab zwei angesetzt. Ah, zwei habe ich angesetzt. Perfekt. Ja, da kannst du auch zwei nehmen. Immer her damit. Löt. Wie ist er denn, Alter? Oh, jetzt kommt hier zum Video. Frequenz, ja. Ah. Ja, der Weltenbaum wird, äh, aber ganz gut. Oh, geht der hier richtig schon ab, Alter? Ne. So lobig wird er da. Ach so, ich bin mal geil. Ja, ne, Quatschim. So, jetzt sterben wir alle hier ganz geschmeidelt. Fragt Escher und den... Fragt nach Escher und den Wächtern. Ich bin mal weg, Alter. Wir müssen da hoch irgendwo zu der alten... Da, wo Frank vorhinein läuft. Einsammeln. No Problem. Hey, ich kann es nicht aufsammeln. Alter, seid ihr jetzt schnell loben. Ik bin hier so dick alt. Alkorene, die Öl. halt die Bühne da dir oh ich voll Idiot Alter ist da nicht da nicht ne, ich hab Fäße sowas geh nach rüber immer schön alles auflooten oh 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 wir sind doch schon da Mensch oh ich bin geliebt ich bin geliebt Spur fertig ab da ab da ab da ab da drei ab 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 hier ja genau der ist schon tot gut nachdem ich ausschalten muss bei euch leuchtpistole leuchtpistole um die daten zur valkyrenförderung zu dem mit rettung herbeizurufen inventar questgegenstände flimmerfackel soll man aktivieren ja bei inventar inventar da musste nach rechts auf dieses buch symbol und da ist so eine flimmerfackel ab und die musste denn machen habe ich gemacht dann müssen wir den toten anzeigen du seid ihr jetzt das fragezeichen ab du stehst genau natürlich ja ich weiß aber ich muss gerade zu bezwingen die argonen ah ok ich sehe nur drei von den füchern ähm gut dann warte und die leporter so ein bisschen just verfahren ja das halt machen wo ich auf jeden Fall zerstöcke ne tut ja doch alle tut ja alle einfach rumkrieg einfach mal rein 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 ich habe ja auch mit leider kommen das ist ja nicht alter einer macht hier über 400 schar alter ich habe leider ich habe leider noch mal das so muss dich nico suchen wo ist nico der ist immer noch hier sehen irgendwo hier bekämpft wir jetzt auch noch rechts auf kratzen lang ja ich schenke eine frage nach escher und den wächtern ich habe hier unten gerade diese drei viecher besiegt ja so hier und hier gerade auch was ja und da musste da muss oben auf der karte ist so ein blauer 1 irgendwo da musst du hin ja ach da und da war die anzeit nicht zu sehen weil ihr die anzeit darum gelaufen sei jetzt sprich mit der wächter hier der liegt da sprich mit dem toden wächter jetzt musst du stehen bleiben jetzt rückst du option ja schieß gleich weiter und wieder voll quatschen glaube ich ja und dann geht die ganze um und dann können wir putze ab ihr gebt euch zum inneren templar eingang sicher müssen jetzt alle stufe 10 sein ja sind wir öffne das tor das du knack scheider und dann hat die spannende wir sind ja hier wollen wir auf jeder der peter rück meinen so hä hä ach hier die ist bei mir gar nicht gezeichnet gruppe raus noch mann ja alles das letzte jetzt und dann können wir alles zusammen alle raus aus der gruppe danke bis tschüss ne einer nachdenan nur wegen untersuchen alter achso ich bin weg wurde weggeportet ja einer nachdenan bitte danke hat die alle knack alter katzenhaare oder waschbärenhaare 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 und jetzt um die teddy einfach und ja der typ da passt da bist du falsche region da passt ja da passt ja ja tschüss wo seid ihr alle ich bin schon vorne stücke ich muss hier machen gucken wir sechs stück muss da digga alt das musst du alleine machen alter das mit deutsch ö noch kein easy die die in einer reihe und in einem glied bitte glied da ist wie gesagt wie oh geil mit meinen Schlägen kann ich die Gegner mit häuben alter richtig fett wenn wir das mit meiner vertrauen digga optrain sensual spinach alter aber bist du ein agon geist schwer oder sag fertig auch fertig doch ... ... ... ... ... ... ... Jetzt kommt hier in allem der Zauber da im Visiglibertation kreativ im Tumodus, Alter. Was ist der Typ, Alter? Angestellten, ja. Mega, one person owned. Zeig, dauernd ist er. Ja. Spricht mit dem Geruch. Das ist der Typ, aber ich spiele schon. Ach, jetzt sind wir jetzt viel kaputt machen, oder was? Das kann ich euch sagen. Danke. Begib dich in das Scherz. Okay. Nee. Ich bewege mich einfach. Zack, 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 zack. Ah, alles klar. Ach, jetzt kommt Fluffy nochmal. Ach, der dick ist da. Ach, der dick ist da. Angriff, Alter. Ach, der grünen Räuber, Alter. Der kann mich mal treu, zwei sind viel. Ach. Was ist er jetzt nicht viel? Mann, ey, komm, ich hab dich doch schon... Mann. Was ist denn du jetzt ab? Kackvie. Oh, alte Kackfee. Oh, echt, Alter. Oh, Alter, Alter. Verleg' jetzt nicht so weit, oder? Oh, welcher weg mich? Machen wir mal weiter. Irgendwann. Ich schreibe einen gut. Ach so, kann ich ihn abholen. Was ist denn da? Ja, was ist denn der Spur, der Kugel? Teilwo kann man auch nicht wirklich ausweichen, ne? Nee. Ich find's geil, Alter. Habt ihr auch eine zweite Ausweichfähigkeit bekommen? Ja. Hab ich auch. Hab ich auch. Mega geil, Alter. Schöne Kacki, Alter. Ich bache immer die Taste zum Angriff, ne? Warum auch immer. Aber wo ich eigentlich ein Wirt-Unteil habe. Ich komm schon, mein letzter Leif. Und down, Alter. Ach, ich hab das mein letzter Leif gemacht. Was? Und weg ein bisschen. Schöne Kacki, Schöne. Tschüss. Ich hab mein Spaschland mit V4-1, ne? Ich zieh einfach mal eine komplette Leiste weg von ihm. Jop, 1-2-2, Alter. Noch mal. Ich hab mich nicht einmal getroffen. Ach, ich glaub, ich hab meine Neuzele. Ich muss halt zu meiner Wuschel. Wuschel, wuschel? Ja. Ja. Nog. 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 So schwer war er matar. Schmer war er jetzt. Doch. Weil das neu mit der komischen Weltanskucht ist. Mehr hat er nicht geschafft. crowded musste aber nicht als würzenschenних lösn, die zu heraus fahren, ja zu den kehhhl. Das ist nur einmal, wenn das passiert. Ja. Ich habe ihn nur einmal geschafft. Sein Gegansick gedauert, geschwinkt. Oh geil. Macht er bei der Hälfte des Lebens und dann schwirrt er. Oh. Aber hier war er jetzt 15 Prozent. Dann hat er es das erste Mal gemacht. Ja, danach war er gleich. Ja, danach war er gleich. Bei mir jetzt, Alter. Wir hören das jetzt. Jedes Mal, wenn das er fehlt kommt. Ja, wir müssen hier in die Spitze. Ich glaube, er hat er verloren. Fängt jetzt schon mal gut an. Ein kleines, unschuldiges Kind stirbt. Oder? Fälles Ding. Was habt ihr gemacht, das arme Kind? Wirklichwoll zur Einschulung, wo die Nummer mein war. Ist doch dein Typ, wie es geht. Und wieder Level Up. So. Inventar. Ja, Mann. Neun Bogen gekriegt. Geil. Yo, easy going. Guckt ihr euch das Video an oder überspringt ihr da? Ja. Ja. Ich sieg für mal hier. Alter, da blieb ja immer noch hier. Ich glaube, ich bin ja voll. Ich glaube, ich bin ja voll. Ich glaube, ich bin ja voll. Spricht mit ihm. Hast du noch, was? Yo. Ist aber gleich hier vorne. Inventory. kann ich euch verhielsen? Ich komme mit neuer Waffe und Neutronen. Neuer Waffe! Ja, Mann! Ist das richtig? Nee. Für die Föderation! Okay. Warte. Trotz aller Bemühungen liegt der Argon. Okay. Was kann ich euch sagen? Für die Föderation! Fertigkeit. Was denn jetzt? Oder müssen wir noch weiter machen? Das teuer ist, wenn du die ganzen Typen angequatscht hast, vorbei. Hier spricht irgendwann mit... Dann alle Typen angequatscht hast? Ja. Also auch hier Emu. Emu und dann Dugal. Dann kommt eine Sequenz und dann kommt die ganze Zeit. Und dann... Ist sozusagen das Tutorial vorbei. Denn... Ja, du... Ja, ja, ja. Weil ihr die Föderation anschließen werdet. Ah, okay. Mal wieder ein Stück lang, aber... Und ich würd sagen, wir treffen uns in der Stadt, oder? Ich guck erstmal ein Tutorial. Allerdings... Video. Ist nicht lang. Äh... Ja... Ich hab' keine Musik hier zu glauben. Also... Da also. So... So... Für die Föderation spricht mit Orvelus. So... Ja, spricht mit... Du geil! Nimmt ein Pegasus! Nehmt ein Pegasus! So... Um nach Velika zu fliegen. Spricht mit Orvelus! Ja, wir fliegen jetzt mit dem Pegasus zurück in die Stadt, oder treffen uns jetzt so. Juhu! Pegasus fliegen! Äh... Ich will alleine fliegen! Für die Föderation! Spricht mit Orvelus! Ich sprech mit Orvelus! Ich lausche... Mann, das scheiße. Ich will alleine. Also... Wenn dein Pegasus... Juhu! Äh... Wo soll man hinfliegen? Naja, du musst ihn nochmal ansprechen und dann kannst du halt. Jaja, ich seh' schon Velika, Black Cards. Velika sollte man hinfliegen. Aber ne schöne Sequenz. Fürs Fliegen. Haben sie sich ja sehr viel Mühe gegeben. Auch wenn er sich braucht... Ein bisschen was von WoW. Ja, deswegen... Ja, deswegen... Mops Geschwindigkeit! Ja, deswegen... Mops Geschwindigkeit! Woher? Alter, ist die Stadt riesig! Ja, die ist riesig! Da hat's denn bei mir angefangen zu ruckeln. Da hast du gemerkt, da sind ne Beta nicht. Alter, Finner, ey! Okay. Dafür war der Pre-Elfer. Ja, das ist sozusagen das Endgültige Spiel. Jetzt sind alles selber offen, äh, online. Und ja, wir haben ja schon wieder neue Zeit noch angenommen. Ja, du musst alles machen. Du musst jetzt so lange, bis du zur Stadt fliegen kannst. Auf den Runden, den muss ich auch drücken. Und dann kannst du eine Karte auswählen. Ja, ja. Und dann kostet die Sache. Dank, Alter. Nee, ich glaube, das ist diesmal kostenlos. Steht halt nicht da, dass ich den kostet. Alter, wir fliegen haben wir mal. Alter. Amina Queen. Wer will denn da noch fliegen? Ja, ja. Hör mir auf. Aber haben sie geil gemacht, wie nächstes kein Dings. Wenigstens kein Ladebildschirm oder sowas besser. So. Dann warte ich mal jetzt hier vorne auf euch, meine Freunde. Ah, da ist die Landebahn. Da ist die Landebahn. Ich glaube ich zumindest. Ja, ja. Ich will jetzt einfach mal dämlich auf der Treppe. Zurück in die Zukunft. Ah, ja, okay. Ich will es rein in die Vergangenheit, Alter. Okay, hier ist die Landebahn. Okay. Und wenn du bist denn vom Obergrund. Alter. Keite Pegasus保て, ich will selber fliegen. Ey, jetzt ist er gereicht zu sehen. Ja, gibt's. Ich muss ein sagen vor Ort. Der steht hier auf der Treppe. Ah, das hielt hier. So. Einladen Mann. muss das optionszeichen da wir können sogar du verlieren ich weiß das ist eine dicke panda er komme in den super zufrieden oder 1 8 schwanz länge freunde der sonne ich bricht auf jeden fall ein händler weil ich will einen scheiß verkaufen den soll ich das hier vorne mit dem als quatsch aber warte du mal war es noch nur ein 8 schwanz länger hätte gruppe einladen erst mal ich glaube das ist ein pferd total busch am schwanz aber ich glaube so mit dem platz auf dem platz ja guten morgen er muss sie verkaufen da oben weiter geradeaus weiter geradeaus los und dann musst du links lang den weg die statu hat die hölle die statu hat nippel zu kenne füllen herr wo sie sind oder getty alter da oben der komische rote stern auf der karte ach da sich sie neben der quest ist ja immer so ein symbol was wo du hin musst falls du das zu viel gespielt ja das habe ich bei hier hier sehen noch so ein dicker alter doch so dick ist hier alter dann hier wo seid ihr hin in spanien lauf nach links kann aus und links genau denn über folgen ich freut euch ja ja aber jetzt gleich geleckt genau hier da sind wir doch hier die gar nicht weit zurück 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 hier rechts links 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 hier genau und dann hier links auf der ecke gleich der kleine dicke bruder hier soll er das will er noch ein kurzes anfang dort sind die gesundheit ich habe auch nicht geschützt angenommen ja und wenig so als kann ich immer ein dahin teleportieren vergeltung sprich auf die schüsse schüttel ach so kacke jetzt jetzt wird es umfangreich kann man da kann verbessern das wird umfangreich aber bei mir hat es nicht geleckt er hat nur kurz die grafik nachgeladen aber geleckt hat es nicht die viecher gekriegt 3 3 muss ich drücken 3 hat hier so automatisch meinst du automatisch und drinnen ja ja ich reite mit poli richtung sonnenuntergang würde ich sagen da folgt mich auf der karte bist du da allein ja das sind alles so eine passiv sauber die aktivierst du denn nur wenn sie gebraucht sind und dein standard angriff wurde verstärkt du hast einmal willigs horn bekommen ist von der politischen die stadt hier zurück und dann einmal vergelt und dass wenn du nie geworfen wird springst du deinen sofort auf und triffst den gegner ich muss ich ja direkt vor dem fernseher sitzen da ich habe auch weiter weil ich sehe jahres weg haben schon früher so dass ich heute gerade interessant wird die weiter geradeaus und dann links wenn ihr die alte angesprochen habt jaja ich seh ihr da oben das wird glaube ich schon die frauen einfach so auf dem fernseher der vierte spatter oder einfach mal mit der bühne nach links also rechts und ihr seid da oben hier um es ist die liga stadt der räder ja filmsequenz stadt ist ein ganzer um habt ihr die alte vorherquatsch am stadt der vorderen auf dem kontinent hier sind wir versammelt menschen hoch elfen amann baracka kastana popoli und elin und trotzen unserem gemeinsamen feind den argonen jenseits des meers in schara kämpfen unsere armeen um die argonische gefahr aufzuhalten fürs erste tippen der doppelpack ja man die argonen sind bei weitem nicht die einzige gefahr seit wir an der argonen fortkämpfen die stehen an die röster hier immer dreister sie plündern ganze städte wir müssen die und von von stabilisieren das ist ein anderes spiel wir sind zu wenige um sie aufzuhalten aber wir hoffen dass euer jugendlicher ist das hat er was ausgesucht der kamer der seiner weg wer weiß vielleicht seid ihr der nächste Elyon bei wen wir brauchen ein Leben wen habt ihr genommen? noch gar keine, wir haben den Film geguckt, gerade erstmal ganz entspannt jawohl, danke so und das nächste ach, dein Ernst? den habt ihr jetzt genommen? schilder mal ich guck mir das immer an ich auch, deswegen ach so, ihr guckt euch gerne an, dann mach ich immer weiter ich hab euch vollständig gekauft, ob ihr guckt in ein paar Wochen werdet ihr euch danach zurücksehen auf der Insel der Dämmerung Färkel zu jagen dein Ernst? Färkel? ich hau dir wie auf die Fresse, mein Freund oh, du bist so ein Gexer und heutzutage abtreten Alter komm, einzigartig, geh raus ich kann den Geschmack von Färkeln nicht mehr Pena, aber du hast auch mal ein kleiner Luder, steck mal da dran hm spricht mit Commander Samael ich stehe da hier drin, Alter Alter Alter, Mann für die Föderation für die Föderation das installierte Dorf ich hab mal Erklärung bekommen ich hab mal Erklärung bekommen ich hab noch alles Hände in die Vulkan habt ihr das Ding da an euren Schultern nur zur Zürde nehmt den Pegasus benutzt man eine Schriftrolle oder geht meinetwegen zu Fuß wir haben keine Zeit für Spielchen Abmarsch fragen wie Dougal, Geddy oder Uriah also Dougal war der Typ der da außerhalb war Geddy ist hier ich muss sagen Uriah, weil die kennen wir noch nicht also der letzte ja ja ich habe euch hier vorne das ist die alten die halt gerade eh lange quatscht haben naja so passt du auf Seiki das hätte ich dir auch sagen können jaja ne 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 das ist die nicht ne 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 ja das ist auch Tippen man gucke das Spiel leider so verwendet teleport schrift rolle option inventar auf diese komische wir haben sogar eine rüstung bekommen ich weiß so auf dieses komische mix gebräu getränk und teleport schriftrolle zum bollwerk wie wir alle aussehen oder wie ich auch sehr geil sexy und diese teleport schrift rolle bei diesen komischen hier klubs getränk symbol er lasst uns erst mal kurz warten das ist so zeigt mal euer outfit jetzt also kann man nicht rauslaufen ich hab ein blasenring um halt zeig mir doch genauso viel wie vorher aber ich finde es sogar von den outfit jetzt her besser mit diesen klingen da an der seite die machen nicht einfach nur schmerzgeil ist ein achtel du siehst du siehst übergeil aus du siehst über gut aus was hat denn der für eine fette panzerrugen er hat doch schon eine fette so eine fette vamper hallo hast du dir die trolls mal in wb angeguckt ey ist dir schon mal aufgefallen wir könnten eigentlich voll als gutes paar durchgehen war mit der kleidung oder ja weil ihr beide von der gleichen rasse seid richtig gut was willst du giftwerk von mir den linken ich habe keinen bock ich habe keinen bock immer eine leiter mit mir rumzuschleppen damit ich dir einen kuss geben kann allgemeine artikel kaufen nein verkaufen jo verkaufen bitte alles verkaufen was man nicht mehr brauchen also ich hatte ich jetzt gar nicht boah ich hatte amok viel alter ja ich habe schon vorher was verkauft vergoldete holz schnitzerei habe ich noch und glücksraubringer blakex so dann nehmen wir mal die quest an und die hat schleichende säbelzähne töten fünf stück wenn auf geht schilder kurz schilder kurz schmer kurz nicht so schnell ja ja wartet mal geht mal auf diesen wenn ihr verkaufen geht ja auf diesen werkbank stein da diesen dummischen stein da wurde der witziger da ist doch so ein ab an die mann hier ist so der ort wie kannst du verkaufen eigentlich war die brauchst du eigentlich gar nicht wo die verzauberung verwendet wird und für wohnen bis 9 nur für die ausrüstung der ersten bereignisse ausrüstungsgegenstand zaubergegenstand würde gerne verlassen weil ich will dir alle da erklärt später die wohl knete machen ist so 30 gold das ist mit diesen komischen amnethysid oder so ähnlich alles behalten hatte da erst mal hast ich habe zum beispiel schmuck jetzt erst mal so weit als verkauft bis auf ins welt habt ihr angenommen den typen diesen sind noch nicht jetzt das mache ich jetzt nicht ich gleich eine säbelzähne die sind hier irgendwo hier vorne ja die sind jetzt an der jungen nahm eine kleine süße miete katze ich werde mich von euch treffen lassen da wurde komischerweise zusammengezählt sammelt blau blüten messen schade wurde gerade zusammengezählt ja die greife ja von alleine sogar an ist ja geil was soll man sammeln auch blüten ja 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 also da ja ja ich weiß auch nicht falls so ist Keine Ahnung. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ist das eine komische Pflanze, Alter? Geh mir das kaputt. Was ist mit dir? Oh, hat schon Einer irgendwo so eine Blüte gefunden? Nee, oder? Ja, doch, ich habe schon eine. Wo denn? Die sind hier. Die sind doch mal hier gelingen. Sind sie überall, aber ich suche die Okon wie so ein wilder Alter. Ja, wenn du niedergestreckt wirst, musst du X drücken. Dann kannst du diesen Vergeltungszauber machen. Digger, die lachen mich nicht mehr in Ruhe hier, Alter. Nein, habe ich gerade auch nicht, Alter, geht gar nicht, oder? Die habe ich gar nicht. Digger, ich habe die Okon gar nicht mehr Ruhe, Alter. Pistig, pistig, pistig. Nein, ich habe hier, Alter. Alter, meine Fresse. Ich habe auch nur eine bis jetzt, lass mal. Oh, ich glaube, ich habe eine zweite gefunden. Das sind so eine komplett hellblauen Dinger, die sind komplett klein. Ich habe jetzt zweite, unter dem Level ab. Oh, ich mache noch zwei Stück auf einmal gleich. Ich habe jetzt auf jeden Fall alle drei. Der ist ja auf jeden Fall. Der muss ja aufpassen, wie... Wow. Das ist nur gut. Der kommt auch hoch da zu euch. Ich sehe es einfach so, Alter. Einfach so geht hier. Kacki, Alter, was bringst du denn damit? Achso, die sind da abgeholt. Alles mögliche, was bringt der mit? Die sind bei dir, ist es bei mir. Oh Gott! Geil! Hilfe! Hehehe! Okay. Heeeey! Verfahren wir richtig, Alter. Verfahren! Oh Mann! Hinter mir auch noch einer! Schlampe, verpiss dich! Hu! Loot, 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 Loot. Aber ganz ordentlich Loot, Alter. Nö! Ich denke, ich brauche nur zwei Fische. Dein Ernst, Alter? Ich brauche nur so eine verpiste blaue Pisse, Mensch. Da ist eine. Alter, um weh, mich greift jetzt hier irgendwas an. Ich sage, ich mache euch Hackschnitzel, Alter. Alter, dein Ernst, drei Fischer, Alter. Schön haben wir, Digi. Vier Fischer. Ja. Ja, wir sind so ein Nissel. Wo sind sie denn? Komm, die ficken sie jetzt. Komm her. Alter, Alter, Alter. Oh Gott. Alter, wir haben nur noch zwei hinter euch, Alter. Wir haben nur noch zwei hinter euch, Alter. Angriff! Alter, was geht denn hier? Ja. Ja, Mann. Ihr werft es hier alles kaputt. Aber so viele sind, Alter, dann geht das natürlich. So, wir müssen irgendwie wieder runter, ne? Ja, schaffen wir easy going. Warte. Warte. Ich leite mit meinem Pony Richtung Sonnenuntergang, tritt die Bauertrappe nieder, der gibt mir nicht so empfand. Wollt ihr was von mir? Seid ihr schon auf dem Weg dahin? Ja. Jo. Alter, Inventar, so viel Scheiße neu. Was? Oh, was war das? Sie haben Post. Ja, ich weiß. Ja, die Dinger kannst du ansetzen. Ja, die ganzen Kristalle. Ah. Wollen wir jetzt die abschicken, Alter. Wollt ihr doch immer das sein soll? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wollt ihr mal hin? Ja. Ich seh die Karte nicht. Das ist mein Problem. Die müssen hier, ja, da wo ihr steht. Die ganzen zehn Viecher hier töten. Boah. Alter. Ich hab hier mal was mitgebracht. So ernst kleiner. Alter. Loot, 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 Loot. Wo bist du? Hier hinten. Warte, mach ich mit. Alter. Ich liebe Mage. Ganz viel Loot. Ja. Neh. Wie. Wir sind aufgeschlossen. Sehr schön. Erst, beseitige Reiter stehen mit drei die Farbe. Jetzt fadere eure Belohnung ein. Okay. Fordere meine Belohnung ein. Dr. Zack. Frage nach der Vorhut, äh Vorhut, Entschuldigung. Sehr sehr tief. Heute war eure Belohnung ein, hab ich gerade gekriegt. So, können wir hier, wot, 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 wie, wo, wot, hä? Hat der für eine Belohnung einfordert? Was, was, äh, Belohnung, ach so, ah, Aktion drücken. Äh, will ich? Na, Belohnung erhalten. Oh, 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 schon wieder irgendwelche Kristallfragmente. Fordert eure Belohnung ein, aber wo denn? Äh, option gedrückt halten musst du, wenn es da oben steht. Ich hab keine Kristalle gekriegt, willst du mir rollen? Ich schon. Ich hab so ein mindestwertiges Geheimmittel bekommen. Ich hab einmal Tütz bekommen. Ein wertvoller, fortiver Edelstein. Digger, wie die halt mich verarschen, was macht die denn da oben? Ich reite mit meinem Pony Richtung Sonnenuntergang, guck den Bauertraubelmide, denn der gibt, wenn ich es da fand. Da kam der Jerry vorbei, gab ihm doch der linke Ei. Und schon wieder die neueste Rüstung hier, älter, was ist denn jetzt los? Hier steht bei mir keiner, willst du mich rollen? Oh, 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 oh. Nova hört sich gut an. Was ist das? Oh, wo so liegt der denn jetzt hier abheben, willst du mich verarscht? Was meinst du, Belohnungen einhalten oder was? Nee, Kaki hat hier irgendwas abgegeben. Ja, ich auch. Bei den Typen da rum, ne? Ja. Was für die Typen? Der Typ ist nicht mehr da. Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Was wird die Typen fertig ist? Das wird wie Sinner selber oder nicht? Was? Genau. Was? Loot, 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 Loot. Alter, was ich hier nicht alle einsammeln und was ich gerade machen muss, Alter. Das ist unnormal. Wuuu, was ist denn das? Das ist ein Ding weg. Fette Scheiße. Hier steht kein Typ. Warum steht denn hier kein Typ? Vielleicht hast du die Mission irgendwie nicht angenommen oder was? Na doch. Stufe 12. Na, isolierte Dorf. Der hat sein eiskalt verkackt. Das wird es sein wahrscheinlich. Verabreichen die verwundeten Soldaten die Blaublütennessel? Ah, hier sind die Banditen. Sag mir das doch jemand. Warte mal, warte mal, warte mal. Das hier. Ich muss nochmal zurück. Hast du... Was steht denn bei dir da genau jetzt? Na, Blaublütennessel verabreiche den verwundeten Soldaten die Baublütennessel. Naja, die sind unten. Die sind unten. Ich muss da unten zum Typen hin. Wir sind schon ein bisschen weiter gewesen, deswegen. Ich dachte, du hast jetzt schon abgehoben. Ich dachte, geh ich auch. Oh. Verpisst euch. Alter. Ja, du schiesst blaue Scheiße, wa? Alter. Alter. Wo sollen wir hier sein? Hier ist ja. Hast du die kleinen Blüten alle gesammelt? Na klar. Ach da. Alter. Fiegt euch hierzulande vor. So, ich hab jetzt hier Stufe 14 von wegen beseitige Deven-Baditen und... Irgendwie... Was willst du denn jetzt von mir, Alter? Ey, Alter, warte mal kurz. Das gefällt mir nicht. Das ist mir total hetzend. Ich hab hier drei Questen, Alter. Das ist so unnormal. Wo war denn das? Ich muss diese Donner-Furzischen zerstören. Wie das hier? Ja, aber... Aber das ist so unnormal. Ich hab hier auch gerechnet. Ich hab hier auch gerechnet. Erweiter der Höchstelle. Ey. Stimmende Kamera. Richts. Zeigiiiih! Pfff. Richts. Danke. Danke. Alter. So. Jetzt seh ich auch die blöde Karte, Mann. Alter, ich bin der Sack. Äh. 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 Äh? Kann ich helfen? Schritt für Schritt. Ha. Bei mir Backpitsspielen. Das sind jetzt ein Witz, ne? Oh, wenigstens die erste fertig. Voller den Ballon ein. Bla bla bla. Beseitige... Wälder Schuhe. Ein Pegasus. Wälder Schuhe. Falschnebel und... Rede mit... Krämer. Alter. Jetzt hat's auch... Okay, wir abzielen mal. Aber die Abwälder. Das ist ein bisschen krass. Das ist ein bisschen sehr krass, ja. Weil du kriegst so viele Quests auf einmal zugeballert, alter. So, jetzt muss ich erstmal diese komischen Falschnebel wieder suchen. Ja, die sind hier auf der anderen Seite. Belohnung erhalten. Danke. Ja, die muss ich untermachen. Die Falschnebel sind die kleinen Wichser. Belohnung erhalten, danke. Haben wir. Alter! Hm... So, äh... Angriff, 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 Angriff. Äh... Wie, wer, wer... Äh... Ne, will ich gar nicht. Äh... Stufe 12. Ja. Was muss ich jetzt machen? Arsch. Deger, alter. Jetzt hielten wir nichts und so auch alle zusammen. Ey, macht das schon. Ich hab irgend so eine Schwester hier, alter. ich habe jetzt die ganzen scheiß belohungen gerade fährt hier ich mache jetzt erstmal diese scheiß nebel hier noch eine belohnung schon wieder bekommen hier so muss ich jetzt machen ich glaube ich immer wieder kann das sein ist immer wieder neu dazu musik davon töten das ist immer wieder sachen die du habt ihr jetzt schon mit der gequatscht man irgendwas mit ihr machen seid ihr seid doch hier zum hallezeichen naja das ist auch eine fragezeichen diese aufträge ständig und immer wir gleich mit uns level up hier genau hey wo ist denn die so ich geh jetzt zu der eulen hier alter woher die hier ist ich weiß jetzt selber nicht hier steht hier eine die nennt sich der nennt sich schammer oder schammer oder leider eine neue rüstung gekriegt ich stehe da an den komischen humpelwagen mal ich werde schon wieder voll angegriffen das wollte ich nicht alle von mir sehen ach hier ist da ist es jetzt ich muss es hier um hier ist es schon mal ich habe es so leute habe ich euch irgendwann getragen von dem ich bis 2 ich habe ich unternehmen ich habe aber auch nervig ich habe wir sollten töten auf jeden fall und die lassen geldsäcke fallen aber die zählen nicht gemeinsam schon wieder kann das sein die geldsäcke muss ich umsonst wenn wir sie totgemacht haben kannst du ja auch sagen mein Ah, easy. Jetzt weiß ich, wie es sich wieder geht, das ist klar. Alter, diese regelseitige Daven-Banditen und diese Scheidern-Crest-Rosbon sind echt nervig. Die muss man noch sammeln, okay, Säcke. Ich hab schon einen von sechs. Ja, ich hab auch einen von sechs. Warum säg'n wir sind? Ja, hier, da säg'n. Ey, komm! Kacki! Dürf mich nicht weg! Redet mit Schammer! Was ist denn denn für einen Namen, Alter? Wie sieht die denn aus aus? Aber Platz für die Sichtbarrikade, Alter. Ich hab... Jetzt haben wir schon drei, ne? Was ist denn der? Der müsste hier... Da kam auch drei, ja. Der müsste doch hier... Alter, wer bist du? Ja, deshalb, Alter. Und da haben wir alles? Aber da ist er doch! Wie steht er doch? Ah, Digga, hier finde den Hauptmann gestohlene Geldsäcke. Eins von sechs. Machen wir jetzt einfach mal. Ja, wir haben schon, glaub' ich, grad einen Hauptmann hier vor uns. Ja, wir haben schon, glaub' ich, grad einen Hauptmann hier vor uns. Und da und ander. Ja, du musst ja den Hauptmann tötern und dann diese Geldsäcke fallen los. Was hat der für Geldsäcke? Halt was an, wir haben aber... 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 Kante Kante, ich lege sie jetzt noch wegs. Vier von rechts, mal weg! ...einfach weiter auf, haul auf den Scheiß! Wie war ne mich hier in Tua 2 macht, oder? Ja, das kannst du kein Mal ziehen. Wer sind denn diese Dazen-Van Klimas? Sind die alle hier? Vankil, die Kaste zacklockiert... Mal, du hau' da mal nicht ab, hier, Alter! Das war ein Headshot, Alter. Ich hole einfach wieder hoch. Ich hole einfach wieder hoch. Oh, komm, hat der Sporker schon wieder? Da sind sie, ich sehste. Wo denn? Hier, bei mir im Lagerfeuer. Doch, da mittlerweile mal über Scheiße. Komischer, ich mach die mal. Jetzt wieder ein. Und hier dritte? Hier drinnen, ist der Kriegsherr. Der Kriegsherr. Ja, ja. Und die anderen sind die komischen hier, die hier. Siehst du mich noch? Ja, ja. Ach, hier? Hier sind das. Hier, einmal 8 von 10. Und... 1 von 10. Jetzt fehlt uns noch einer. Ich hab's fertig. Hier, guck mal hier. Achso, mir fehlt noch einer. Alter, was macht ihr denn, Alter? Ich sammle hier alles ein. Ich krieg die nicht. Nein, du musst gucken auf die Namen. Diese Beutel oder was? Nein, 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 nein. Bandit war das gewesen, was? Hier, Digga, komm mal hier rüber. Secky. Hey, war der denn so wiss ich auf Plätze aus hier? Hier hinter dir, Mann. Ja. Hier rum, seid ihr. Ja. Hier drüben ist ein Bandit. Da drüben. Hier. Hier. Hier oder da. Hier drüben quer. Also. Aber natürlich, was? Irgendwas, ros LOL! Die waren hier, aber... Mhm! Bel Чuvier war noch nicht. Oder? Na komm ich sicher, Alten hat ganz besoin. Es ging es hier, Alter. da ist er geflogen wo seid ihr jetzt immer noch da unten ich muss jetzt eigentlich nur hier die gestohlen abgebnis oder übergebt den sack der charme an muss ich immer noch mehr schaben hafus besiegt den d-wand assault leader hat für ein leader warte das ist der leader der oben war hier da ist er der hier oder dicke oder na warte mal geht jetzt mal umbringen wir weg die aufgabe stellen ich bin fertig holt die händler truhe zurück er wird also wieder verstanden wo er jetzt war mal kurz alter ich muss noch mal kurz die durchsuchen und ich suchte an vor allem ständige diese nebenaufträge echt müssen also weil das nicht ständig kommen wird wundert mir aber das ist echt nervig was das denn avatar war für geheiligte boh ich habe geheiligten wo ich habe geheiligte waffen gekriegt geheiligter bogen ist einfach mal insgesamt 20 besser ich bin hier immer noch nehmen ich habe das irgendwann mal gekriegt ich habe keine teilung alter warum wieso was halt ich denke jetzt schon ein christian möglichsten scheiße die macht auch ordentlich der mensch ich das mal hier habt ihr ihr habt und die die warte wird er verdienten besiegt deshalb habt ihr die aufgabe bekommen gerade so er die ganz hama her es sieht den die war so wieder 122 bei der decke hier gerade da steht er noch an führer ich mache das ist aber ein kriegsherr oder ja jetzt heißen der krieg angst aber stehen mensch ich hole mal die handelstruen ich habe mich nur zwei holt den endertruhen zurück steht das beim Wie viel hast du denn da jetzt? 1 Latour? 0 von 5 Alter, ich hatte die Aufgabe hier noch nicht fertig, da richtig Ich hab hier gewundert, Alter Jetzt ist alles fertig hier Alter, haut ab, meiner suche Ruhe Muss grad hier diesen Angriffsführer Ja, der dicken, wa? Na toll, dass ihr den machen könnt Digga, es geht hier grad an, so übertriebe schnell Danke, wie habt ihr mir fertig gemacht, die Aufgabe Bitte schön, immer wieder gerne Jo, ich bin hier nur wirklich loben, still Ja Alter Die ganze Hörterin, bitte Jetzt reicht doch hier Gulasch, Alter So jetzt irgendwelche Handelswagen Händlertruhen Achso Bestprüfen Entfernen 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 Gestuldene Goldsäcke Handelswaren 0 von 5er, habt ihr die auch? Ja, ja, Handelswaren 0 von 5 habe ich auch Ich hab alle Quest weg gemacht, bis auf hier Ich hab alle Scheiße, ist alles weggelöscht Alter Ich muss doch schon sitzen auf den Sack Alter Hier, guck mal, ich hab die Throni gefunden, die Handelsgruppe Ja, die stehen da oben Wir sind hier, wo ich stehe Ja Ach, da steht er doch Ach Gott Schau mal, schau mal Schau mal Ich will gar nicht Ich hab alle Die stehen hier, in der Mitte Wo wir den Boss, wo die Aziko immer wieder gespawnt ist Der Boss Daneben steht da so ein komischer Was hier? Da sind die drinnen Da musst du einfach nur sammeln Warte, bist du noch jetzt bohren? Ach, ich will es Ja Ein von zehn aufbrachter Speeren und Wander Das sind das jetzt die Aufwanderer? Sporen, nicht Speeren, Sporen Sind das hier grün? Achso, Sporen ergänzt nicht Ich kann fehlreisen Ja, die grünen kann man eigentlich übelst weg So, zwei von fünf habe ich schon Ich hab drei von fünf Ich hab vier von fünf Ich hab vier von fünf Ah, hier sind die Aufwanderer Hier ist man auch überall Die überall So Jetzt kann ich's abgeben, hier Bei den Typen hier links Ich hab's hier mit allen anderen, da kannst du aber nicht mehr Nee, das ist nicht mehr ja normal, was die hier machen Ich hab's hier mit einem Leute, könnt ihr mir kurz helfen? Hier in der Mitte ist ein Lagern Ich fahre den daneben Jo ist Bleib stehen, bleib stehen Wo ist das denn da? Ok, gut Dankeschön Ich habe heute nicht gereicht Ich wollte nur die Kisten hier haben, da wollte ich gar nicht So, 3,5 Ich geh mir auf den Weg, Alter Wie, wenn seid ihr jetzt? Eine vierseitige aufgebrachte Spuren ist eine grüne Quest Ja, die habe ich jetzt fertig Das ist aber eine Nebenquest Ja, da haben wir ganze Zeit, die kommt immer wieder wahrscheinlich denn Ja, ja, aber wie gesagt, die rote ist die Hauptquest und die rote darauf fixiere ich mich auch Deswegen mein Digger, weil du meintest, es ist eine normale Quest Irgendeine hatte gerade die auch halt gesagt Keine Ahnung, wie das war Das war bestimmt ich Warte mal Warte mal, ich muss mal gucken, ich habe heute bekommen Könnt ihr mal aufhören, mich zu nerven, Alter, oder wisst ihr jetzt mal? Oder die nerven hier richtig hart gerade alle Alter, die plätten mich hier gleich Das riecht nervig Zeigiii Alter, es geht Liga, ich muss dich schon richtig hart mit Trink arbeiten Liga, ich muss dich schon richtig hart mit Trink arbeiten Liga, ich muss dich schon richtig hart mit Trink arbeiten Wollen wir mal was lustiges machen? Hier, die müssen wir töten Nein, was gehts? Angriff Liga, ich habe gerade 5 Leute mit einmal geowned Und Kritisch, 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 kritisch Ich mach nur kritische Schaden mit dem Bogen, ist so geil In welcher Quest bist du denn jetzt in Haupte? Ich bin die erste Finde den Hauptmann Finde den Hauptmann Mein Bruder ist auch 4 von 5 machen 4 von 5 immer noch die Handelstrupp besser Aber die mach ich jetzt schon mal fertig Ne, die hab ich schon fertig Und 4 von 5 hat er Alter, soll ich nur sagen, wie lange das geht? Wie lange? 3 von 10, 5 von 10 diese grünen Questen Naja, 3 von 10 allerdings Ja, du musst 3 mal, also du musst Ich habe es 3 mal von 10 mal gerade geschafft, diese grüne Quest 10 mal musst du die machen, 15 mal muss die machen Alter Alter Das ist zum Beispiel auch so eine Quest Ich bin jetzt fertig Alter, das ist so nervig noch ohne Witz Meld euch bei Jodok Hast du dir auch? Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, irgendwas auch schon jetzt zu Schamhaar Wir sind hier links Warum ist die jetzt zu Schamhaar? Warum ist die jetzt zu Schamhaar? Schamhaar hat für mich gar nichts gehabt, oder? So, und jetzt aufgebrachte Spurenwandler Ja, 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 im Eingang der Rössertreiben lag ich Ja, hier oben, weiter oben sind sie Hier, aufgebrachte Spurenwandler Digga Achso, da, ja, da waren wir gerade Die haben wir getötet Alter Alter Achso Alter Achso Wo ist denn hier im Sommercannon, Alter? Hat er die zählt? Nein, ich habe jetzt 5 von 7 Ego Außen nur die, die ich geplättet habe Ne, ne, ja, die zählt alles Ich denke mal, dadurch, dass wir die größte Samen haben, glaube ich 6 von 7 Ah, jeden ist neiner Ja 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 Oh Okay So, Ultimate Combo Kill Ultimate Combo Kill Alter Finne, ey So, jetzt So, jetzt Finne den Hauptmann, hey, Latour Alter Alter Ja Ja Verpasst euch nicht, breit dir da jetzt einfach immer durch Ja, ja, ich breit da jetzt auch durch Tschüss Alter Das kann man erzählen Und schon wieder so ne hässige grüne Quest, Alter Ja, ey, gut Bevor, dann habe ich gerade Alter, ja Ja Weg mit den grünen Dingern hier jetzt einfaches, mir Rille-Pups gerade Wir wollen hier im Spiel weiterkommen und nicht hier unseren Nebenquesten aufgeilen Ja, egal, geht dir gar nicht, ne Ja, ich gar nicht Ich habe keine Langeweile, um das ganze Ding 15 Mal zu machen Ach, Mann Schönen Ja, jetzt ne Händler, ich freue mich, wenn wir verkaufen sind Ja, und zu Ja, und zu Erstmal zum Händler hin und alle verkaufen war die Gäste über für sie, aber Na, guck mal hoch Also, wir müssen so lange dauern hier wieder an Sprechen mit Justarius am Eingang des Black-Kicks, können wir gleich machen Ähm Somit kann ich die Könnte wieder umhänden Ich war schon mal ein Händler Nochmal kicken wir da Ich kriege kein Kind, ey Das ist doch schon so schlimm, ja Was wäre ja ein Chili gewesen Ja, wie sonst sagen, ist es echt schlimm, ne ich habe ja so einen komischen jahren gekriegt fähigkeit der leeren zeit nur gehört machte ich war ja selbst der werbe okay sprich hast du gesehen du musst du musst mit vier leute reden hier unten ich weiß richtig das ist ja doch hier einen planer so eingesetzt okay naja mal guck mal hier die ganzen perle probieren die bringen alle 100 hier ist das okay erhöht eure kraft und nein oder mit zirke verheiratet erst mal eine halbe stunde wie weit seid ihr ich muss bei hier kurz war ein bisschen rum nicht auf die ist okay ja kulti aus ich stehe hinter dir das letzte diese pippen ich höre dieses team braucht ihr mich oder kann ich ja das sind kleine pippe hier guckt mensch der fach aus wie du aber auch so der kopf ist größer als den ganzen körper alter ja das sind weil da so oder welch mal kurz die questen abgehen gehen 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 handelsagent edelkläder der wiederherstellung hier musst du auch vier leute aussuchen ach so da ist meine kurze die normalen schuss und da wird den fünfer schuss alles klar alles klar ja auch schön zu wissen da habe ich denn springen da habe ich mich denn sehen hier immerhin hier ist als bauchstrecke ja 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 diese kräfte krieger ist ja manchmal ich da wo oder ernst und muss die alle voll quatschen ja voll gequatscht steht für den kampf bereit hast du ihn voll gequatscht digga du hast jetzt ihn voll gequatscht jetzt abgehauen ich kann jetzt gehen mal voll gehen ich hab kenn ich euch seid vorsichtig da draußen ich hab jetzt abgehauen scheiße das die kürze und freut die ach da oben ist jetzt fragezeichen was wie wo was für fragezeichen ach hier der kippte die gar nicht sind dabei wo siehst du fragezeichen ja ja du hast die questnungsgabe das kommt ja 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 du musst die quest alleine annehmen ja 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 das steht genau das gleiche steht bei mir auch steht unten bei euch eine zeit die abläuft ja 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 bei mir auch und ich muss gerade die typen hinterher rennen dass ich nicht ich ja ich brauche du hilfe ich brauche mit nico jetzt zusammen du hier wer scheint welche ob die zeit hat minuten und zehn sekunden da muss er zu uns kommen dann ist er bestimmt und er hätte ja dann ist es wahrscheinlich die menschchaftsquest mann ich bin schon da da sind wir komische viecher sind ja ja genau das nämlich jetzt fängt das hier schon wieder an der permanente spawnlager die auf die leute diese komischen hässlichen aufträge schon wieder das so was sie wie die anfrage auf voraus wer beseitige gefallene verteidiger umsteht sich weiter Minuten und es will denn der hin alter verheiratet der wälder der wälder die karte so wo ist er wo ist er älter scheiß escort fest haben wir es jetzt ja da hinten war der fahrt ist mal alter so sind wir sind alle auf dem gleichen fahrt wieder auf weg richtig sprich wird er durch alle mal mit dieser henry typen die nächste fest an ja deswegen so und jetzt machen wir jetzt mit dem ganzen scheiß hier weg so inventar was haben wir denn bekommen eine rüstung so ah man gut daneben ist gleich ein verkäufer da kann ich alles andere verkaufen weil ich nebenher brauche gut das ist gut aber ich auch da haben wir hier einen Kasten drin von ne wie das war ne das war so doch habt ihr alles abgehen denn findet ihr dort mit dem die geheimagenten versteckt haben richtig und ist ja schon stufe siebzehn alter übel schlimm der hälfte sind alle schon diese ekelhafte hohe level halleluja kaffee 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 an dem ich die geheimen versteckt hat man da wirst du dich anstattet so denn sie denn hier oben wo die 1 ist sein hoffen wir da mal ganz ganz entspannt hin okay entspannt nicht joggen entspannt leute entspannt wir sind die kurzen wenn wir können sie durch den wald zieltyp tita hör auf hier zu schieten dann kommen wir wissen ja aber ich muss mir aber ich habe sogar zwei von racken sie die an der wacke ich ja da hält es der wacke warte wir laufen an dir vorbei junge junge hinter alles und so sieht mein arsch im live auch aus ja hättest du gerne die frau gegenüber gesagt so das soll hier sein oder irgendwo hier ja hier wahrscheinlich oder haben wir spricht mit haben ja sprechen auch kippen der steht hier die gröbel scherben zerstört die wirbel scherben in dave lager ja hier sind sie ja hier überall mit die dinger die blauen die hier die rote da hinten im lager auch mal dann willst du von mir ach das sind sie nein ach ich lese ne doch nicht wo seid ihr denn jetzt schon wieder ach die wissen die hinten oben wo sie ja ja die sind bei hinten willkommen ich bin jetzt gerade hinten an die hoffenberg gucken wir wo wir oh mein jetzt geht es schon wieder los sie war die grünen aufgaben grünen aufgaben grünen aufgaben wir müssen eigentlich nur mal rum da sind sie doch ja 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 andere alle verstören dahinter schlager gehen können die nicht zu stellen zerstören muss man einsammeln einsammeln müssen wir ja die muss man untersuchen die haben voller darauf ohne ist ja schlecht richtig schön dumm Alter höchel scharf jetzt wird die alten quatschen oh alter nein angriff zack 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 ey weg hier ekelhaft jo ne weg hier wieder ja elko ab die ist hier unten links aua ich hoffe ich ein kurs sich dir die wisse weg die visage weg magina magina kohle wie sie kämpft da hinten in der ecke hä wird verfolgt ach da sie wusste hier schon mal am fuß allerdings am fuß des fragezeichen ist die eigentlich immer hier ist aber nicht wahrscheinlich weil wir gerade verfolgt werden von gegnern alle ich habe sie gefunden habt ihr müsst durch die büsche durchlaufen hier durch die hier durchlaufen ja doch wie werden wir gerade hier verfolgt so egal wie wir sind Degas wie sie kämpft was ist der Bischof die allee ich bin schon durchlaufen alter Richtung aber alter eskalation weiter Alter Alter haben wir irgendwie speckle Kassen oder was ist los mit euch ich glaube ich glaube ich glaube ich habe ich glaube Alter hier alles einsam moaan alter ja genau Belohnung gehalten ich lobe es ja auch Kinders hier Ey ich glaube die Vorhutaufgaben hören langsam auf weil ich habe jetzt mittlerweile nur noch zwei stück ich habe gar keine mehr Menü drin ja weil wir aus dem anderen bereich raus sind wir müssen noch ein paar Optionen und dann auf besuche läuft und dann da steht anfangen der vorhut da muss ich gucken wir müssen mal einsam und dann noch einen einzigen brauchen wir kriegen wir rechts ist doch gleich da haben wir es natürlich haben sie gleich ja alle einen angegriffen ich muss 3 von 10 töten hier auch ich habe schon alle irgendwie getötet komischerweise echt ich brauche noch 7 stück ja denn hier alle töten die auf dem Weg liegen alle töten die auf dem Weg liegen alle töten die auf dem Weg liegen du kannst noch mehr 5 stück alter boah das brauche ich noch 10 Stück hinter mir kommen die auch schon wieder die WIGs Eimer hinter mir kommt die auch schon wieder die WIGs Eimer die WIGs Eimer 2.056 Schaden ihr macht das schon examen ein wir fehlen noch drei wir haben hier auch da sonst schwer gespawnt es fehlt noch einer oder so ja einer ich gehe wahrscheinlich noch einen juhu bleib zusammen, bleib zusammen, bleib zusammen BITCHES!!! 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 okay wir fertig äh was schlecken weiter geht's ich reiite Niko daher, der wird schon wissen wohin geht ja noch da oben die haben ne Karte, das reicht oh die reiten uns schon wieder alle hinterher, da haben die keine anderen Hobbys die spawnen auch viel zu schnell so ich kenne ja ich kenne ja 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 wir können ja 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 da ja 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 okay, bist du hier? Jo, ich halte hier ein bisschen hin und her gerade kommen wir alle zusammen dann haben wir es ein bisschen leichter Geil, kann ich jetzt schon bocken, Alter? Jo, musst du wohl sein, hier Hier, recht zum Lagern, was und die Hünderwerke entfernt von dir Ich bin schon wieder Level 18 Naja, bin auch bei sehr fällig So Hab das vollgequatscht schon? Ja, ja So, Alter, erstmal hier die ganzen Loots wieder mitnehmen, Alter Ah, Mann Woh, 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 Woh! Ich greif mich allein Alter! What the heck! Ich komm, wenn die alle fänden nicht her, Alter, wo du mitzum Spawns muss ich nehmen, die zu an, Alter Jetzt kann ich das alles nicht schön sein Ich würd sagen, geh hin und erst mal raus aus dem Lager ich bin fertig mit der Kacke raus aus dem Lagen was du dir sagst wo seid ihr denn ab der 831 geführt was wie warum was habe ich bekommen ein Glücks ich muss den Inventar mal durchführen wie wäre ich hier von Pissi die Dinger hier oh Filmsequenz was Filmsequenz oh Filmsequenz oh du Kacke ne das ist der Goyak alter geil der Grafik geile Grafik die hohe Priesterin sagte er solle sich nicht sorgen was jetzt käme sei noch wichtiger ich hab mich nicht mehr dann sagen sie mich ja nur die Gegner mhm aber zu langsam ich kann ich kann nicht mehr sag dem Primus ich hätte es versucht haha so spricht nochmal mit mhm ja jo jetzt die alte da gleich daneben angreifen äh an quatschen ich angreifen ich beseitig da Kanius im Lager ja und ihr kommt gleich wieder zu mir natürlich ihr seid alle behindert und habt ihr euch überhaupt nicht ein mädchen ich sage ich kann hat das so war das 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 du da kann jetzt hier ist er doch er lässt sich gerade er läuft hier gerade so ein er wird die Waffen da kommen alte Leute 4 gegen 1 ist unfair das war schon das war ja das ist einfach so oder nein wir müssen eh hier rinnen irgendwo das ist jetzt glaube ich gerade ein bisschen ranger in da ist die alte geschossen was auf Jungs die kommen, die kommen, die kommen finden die verliebenden Waffenkisten in DivaSaver und verkörden sie in den Lager da hinten, Alter der ist da Loot 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 oh da kommt ja noch was, Alter aber der ist nicht so schlimm, der kleine so, ich will mal jetzt kurz und dann muss jetzt hier hier ins Lager hier da oben ja ich kann nicht rüber springen scheiße, wir müssen durch wir müssen uns durchkämpfen na denn alle mein Gott wiegt diese Grafik hier was jawoll jawoll ich kann nicht Hau den Schopen auf die Gurten 1 1 Boah, was? Alter, wo kommt jeder auf einmal schon wieder alle her? Ach, ich werde nämlich hervorgerufen Ihr kämpft hier schon, Alter? Ja, die sind schon fertig Ja, die sind schon fertig Äh, die sind schon fertig Stand da daneben Ja, die haben auch alles bekommen, was? Ja, ja, klar Gut, dann ist wieder weg Mann, Alter, ne Dauersport, kein Bock grad drauf Lass die Ruhe Springt einfach über die Mauer und rennt weg Findet Camille Ah, achso Alter Wo ist denn die, Alter? Huh Ich weiß nicht, wo die ist, hier muss die Forderung wohl sein So, willkommen in mein Hollalululand Hier ist er Gratis-Bond Und schon wieder alle in Stufe hoch Alter, Stufe 19 Alter Däger, was das für Levelverhalten hier Kommt wahrscheinlich dran mit der Hälfte von Stufe 19 Alter Oha Was denn hier los? Ich musste langsam echt verkaufen gehen Alter Fortschritt Belohnung Alter Was denn jetzt hier los? Über eine Flusssachen Na Alter 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 Ey, komm dir grad gar nicht hinterher Ja Deswegen hab ich ja vorhin schon gesagt Lass doch mal chillen Joa 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 Wie kann man denn vor? Alter Da war's nicht gewesen Oh kacki, woher alter? Da war's gewesen Ich wollte nur meinen neuen Spell ausprobieren, lass mich doch Digga, ich schleide einfach einen riesigen Method auf eine feindliche Fläche Was ist daran nicht zu verstehen? Aufstehungsräuber, Ebenholzzauberer und der Wahnpriester kommt er jetzt 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 ist doch mal langsam die nächste lager gleich da wollen wir jetzt mal in rohchen ja man auch theater talisman und ketten alles doppelte drei ketten und zwei ohrringe an alter ja ich habe armbänder ja ja ich bin frau ja was willst du spruchten wie du mann der armbänder trägt ich bitte dich fähigkeiten aber gut update mit der verfassung der schwarze wundert sich 50 10 level über ihn dass wir sind schon locker ziehen dann wir über in der weiter wird reist aber definitiv ne level 5 3 5 oder 6 war er wo wir waren ja alle fünf oder sechs jahre trotzdem zwölf level über ihn egal was alter herr mir auf ich kenne erzählen oder post also ich weiß nie was du willst aber erst mal erst mal hinsetzen ist richtig danke erst mal von der post die ganze gegensteine annehmen weiter nico kommen hinten hin weil sonst sieht sich natürlich gleich der patrouillier nämlich kein bock jetzt beim rohchen gerade zu kämpfen also wir sind over level für die bereich stufe 17 wir sind stufe 19 und 18 ja sehr gut ich bin auch gleich stufe 18 mann 19 sorry was macht braucht ihr mal ganz entspannt nico pusht sich mal schnell auf level 18 hoch nico was wollessen bei dem was dran das hat sich in derечение hier vor allem schnell hat mir gefallen das kann er weiter dauern ich gehe mal den scherz scheiße einsammeln das kann dauern das ist kurz etwas zu trinken wollen wir gleich wieder man verpasst euch doch gut schlitz auf reicht heute der kacki rennt hier mit hackenschuhen verstehst du ja ja easy going was los mit dir vielleicht kann ich gar nicht verstehen warum du sowas machst ich habe jetzt an du hast stiefel an mein freund gar nicht habe ich dann dicken fetten absatz siehst du dich ich habe die fette nach der ruhe dafür kann ich mir weiter bewegen dafür knackst du beim ficken zusammen kleines kleines alter wir kommen so viel mit anstellen es gibt sogar nicht hab da jetzt sechs ab mit deiner magie alter mit magisch der arm glaubst du ja guck mal guck mal guck mal guck mal schlitz schluss es ist eine blut und wenn er sich richtig anstellt mit den skates als damit tut der arsch wie von vielen sitzen warum ist es zwei uhr fast mit der schwelle er hat geflüstert die vorgabe wie geflüstert das steht drin die gott hätten Prozent Prozent nur Boklösen Prozent der Trockenburg fettig Prozent Sack! Ey Patrick! Ja! Die Flüsterfunktion ist cool! Fickt euch! Schamuta, ich bin nicht der Jenschen, der so normal war. Schamuta! So! Wie die... Digga, die kriegt einen halben Orgasmus, wenn die sich freut. Dich zu befriedigen ist ziemlich leicht. Die freut sich halt einfach auf alles. Ich bin eine frohe Natur, lass mich in Ruhe. Juhu! Juhu! Ich hab ein Herz aus Gold! Genau wie meine Haare! Ja! Ja! Blonde Chemie! Wie zu vögeln! Mhm! Das ist böse! Oh, ja! Oh, yeah! Wenn sie nicht viel im Kopf hatte und nicht viel konnte, aber das konnte. Oh, ja! Die konnte blauen Stier. Wollen wir los oder what? So, ich schenke mir erstmal noch einen ein. Kaffee? Ne! Bacali. Ne, was für Standard Energy. Stimmt, der ertrinkt ja nur noch What? Ne, nicht nur, aber es ist das 1, was ich grad da hat, der Bacali schon lange leer. Ich hab noch keinen neuen gekauft. Er hat noch keinen neuen gekauft. Er hat noch keinen neuen gekauft. So, jetzt hat Niko nur noch einen Burger und einen 8. Ich hab noch 3 Tüten Chips, 2 Brötchen, paar Baguettes. Wasche Standard. Gorbatschow, da kann man doch nicht meckern. Ich frage mich trotzdem, Alta, Rico, wie bist du auf den Namen 1,8 gekommen? Wahrscheinlich die größere. Besser als 3,12, ne? Nein, 3,12 wäre sogar größer als 1,8. Ja. 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 Ähm. 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 Was hast du denn hier wieder gemacht? Ja nüscht. Muss für ihn immer ärgern. Ja nüscht. Wer ist nur da hinten. Ähm. Ähm. Wie weit lebst du noch? Ich würd mal einmal gucken. so was habe ich aber auch geiles dinge da ist eure ulti war ich will mal meine ausprobieren das ist mein viereck move auf l1 und hast du auf r1 bei l1 habe ich r1 also mein artilleriefeuer und bei r2 habe ich die buffen r2 habe ich zum beispiel noch gar nicht r1 r2 habe ich zum beispiel gar nicht dafür habe ich dreieck und steuerkreis habe ich nicht aber er 1 hätte ich mal ein schaden aus der entfernung alter läuft auf jeden fall alter natürlich immer alle alle meine spades hintereinander wegrotzen also das ist das ist mein flächenangriff ja achtung ja so leute alle wieder ja dann ab geht da peter rein in die meute das ist schon der erste gegner angriff tötet den bastard so und der nächste bitte die rechtste hier das ist ich gebe mein leben für ok tot tot lebt tot lebt tot lebt tot oh oh das reicht nicht so weit ich merke schon und artillerie oh dann kommt seine oeg also vielleicht ein charme angriff 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 augen angriff viel angriff 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 Aufstehende Räuber Aufstehende Räuber, wo ich noch nabe Das tut diese ganzen Klee gekriegt Ne, ist noch nicht Da hinten Das aufstehende Räuber So, jetzt hab ich alles fertig Ich mach hier nur Critch an Ich mach hier nur Critch an Was darfst du? Ich mach hier nur Critch an Ich würd sagen, wir sind fertig, oder? Ist das falsch? Äh, okay Sind noch nicht fertig Ähm, ja, aber wir werden hier Hermann nennen Oh, der ist grad schon zu der Eulen hier hoch Ich hab da einfach ganz schnell Ja, bin ich dabei Oh, das wäre auch mal Doid Oh, da gibt's ja noch mehr Oh, feck Der war der, komm mal, komm mal Oh, leid Also, was macht die denn hier hinten? Ja, ich hab keine Ahnung, er darf Vielleicht ein Schaden Nein, das ist das 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 Wie, was? Kultuisten Waffenkammer Habt ihr das auch? Ähm 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 Ja, Kultuisten Waffenkammer Ja, hab ich auch gut Das sieht mir, ähm Was ich auch never wieder kenne sagt über das ziel über das portal ja hier ihr könnt dieses gebiet nicht betreten wäre dann hätten sie die scheiße die machen warum ganz ehrlich alle raus als vorteil bei neverwinter mit einer gruppe reisen wir sehen uns auf der anderen seite meine freunde so war jetzt hier belaut das gespräch der nachkommen ach du bist ein geist du bist jetzt ein geist du musst jetzt irgendwie das gespräch hier belauschen welches gespräch doch da ist ja du bist noch in der gruppe drin muss die gruppe austreten ja kurz in der mitte hier steht dann sprechen die da ein paar dialoge und dann kannst du hier zurück gleich also in der mitte was wie bitte was für eine mitte stehe in der mitte und jetzt ja die mitte vom raum da hörst du nicht irgendwelche ganz leute die sind als die nachfahren locks einfach das ist das stellen und einfach nur stehen bleiben wir nichts machen achter die quatschen vor dialoge oben links soll es ja nur belauschen bespanner jetzt einfach wieder zurück oder wird ich habe einfach beide kürzeln der hat geht nach nordstein und findet parlan und tal der bestien oder wartet jetzt einfach mal stufe 20 jetzt habe ich endlich mal meine passiven fähigkeiten die ganze scheiße tasche verkaufen ist immer mehr feierlich was wir hier haben passiv fähigkeiten da ich schon alter schwede ich habe ein schwarzes hübsches kleidchen an jetzt wird so ist mal die verrufen das gefällt mir jetzt kommen instanzen machen ja und schlachtgruppen so ja So, wir wollen uns erstmal irgendwo alle sammeln hier. Das war wieder... Ich hüpfe schon die ganze Zeit. Ach da, alles klar. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Sexy. Mein weißer Ritter. So muss eine Frau aussehen. Kurze, knappe Kleid. Schönes Schwarz. Okay, die Schuhe nicht ganz. So, Kaki ist schon mal drin. Ah, Patrick, geh mal nach unten rein auf die Fresse, ey. Warum? Also, das war so. Hä? Echt, ihr könnt eure passive Fähigkeiten von mir... Ach du, jetzt die passive von den Aktiven. Ja, klar. Einige haben alles gegeben, Isla und Kuma-Skript. Egal, 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 Egal. Mal kurz gucken auf der Karte. Also, hier oben sind wir... Nein, was die nicht alles für Kettenangriffe gibt, Alter. FD. Ich, Alter, Jungs. Die Kettenangriffe habe ich ja dritte bei mir. Mit den ganzen Spades hintereinander. Na ja, die hat die immer wieder ansagt. Wenn wir ja gucken, ob wir da auch machen, oder? Ist ja gerade voll dabei. Alter, was habe ich denn hier schon hier? Da hinten ist Frau Smiley. Ja. Oh, ich kann es backen. Und... Ich muss gucken. Ach ja. Alter. Ihr habt alle über euren Namen heimische Heldin zu stehen. So, da oben ist ein goldener, äh, ich nenne mal Stern und ein rote Fragezeichen. Die goldene? Die goldene müssen wir anquatschen, äh. Wir müssen Nico nur abholen. Ja, dann warten wir hier. Wo seid ihr denn? Ich habe irgendwie drunter. Du musst jetzt nicht die Eilerei annehmen. Ich habe keine bekommen. Na, ist ja abgelaufen, ich zu langsam bin. Ich war gerade im Moment, wenn ihr mich zuhören könnt, ob ich dann nix. Erste Gruppe beitreten, dann alles andere machen. Wurde nicht gesagt. Na, du bleibst da mal stehen. Oberste MMORPG-Regel. Ich spiele nur in dir. Du, ich kenne die Drollene, das ist kein Problem. So, da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Ach, tue für weg, habe ich noch mehr kennengelernt. Oh, okay, die wollen kämpfen. Na, kommt doch her, ihr müsst. Los, kommt her. Oh, ich nehme alle mit ehemalweg hier. Und schon ein paar neue Waffen. Bis. Danke. So. Das war jetzt Jorten, da hinten. Achtung. Der hat danach noch zwei andere Aufkommen, der Type, der Gelber. Bauchschmerz. Der goldene Fritzig, oder? Ach, die Scheiße. Aber gleich alle annehmen, dann haben wir es erledigt. Ja, lass die weg. Also. So, zeig mal her. Oh, kannst du gleich wieder abnehmen bei ihm. So, hier der Forscher. Ah. Ein paar Eier zerschlagen. Eier, Eier, Eier. Ich hab kurz Zeit, für euch. Jut. Alter Schwede, 1, 2, 3 Hauptquesten, alter, meine Fresse. Na, wollen wir mal kurz machen, wa? Äh, pff, ja. Keine Sammelquesten hier. Äh, ja. Da fangen wir an mit der, mit der 1, 2, 3, 4. Habt ihr die Olli hier drüben auch noch an der Quatsch? Ja. Ich hab's, ich hab's jetzt, ab in die Rote, mit dem, auch abnehmen, ja. Mit dem roten Quatsch? All der, drei rote Fragezeichen, die machen wir später. Denn, einfach ruf hier, whatever. Und was bei zwei müssen wir machen? die drei ist hier rechts oben ja zwei sind hier diese bestien tötungen wieder zu 3 und dann was sie listen genau die miss war die augen haben von denen dann ruft er ruft auf die rolle dattel so das war der erste muss man kurz muss man kurz diese jene quest hier abwägen ja eins von fünf mit vergiftet den nächsten bitte so zwei von fünf alle klar darum rechts 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 oder links ganze aussuchen oder den da hinten war der da ich muss aber mal langsam aufpassen mit den live war ja so lud lud gut und hier sind noch andere die sind noch irgendwo ein zimmer doch unter uns risotto weiter da ich habe einfach mal gerade 19.000 gemacht Gott nein oder so flammende augen haben wir jetzt was fehlt noch basiliskenei say what das ist die nummer 2 oben jetzt auf meiner karte rechts ich habe die quest schon gelöscht deswegen ist bei mir jetzt die nummer 2 in die andere habe ich gerade fertig gemacht 3 ist beim jetzt also 3 ist bei dir jetzt hinlose da sind die ganzen eier da sind die eier wo lobst du denn jo du stirbst jetzt erstmal du kläden Mistvieh wo immer ihr seid lass mal ich runter ach da alles klar so alles zerschlagen hier ja interagieren ach so ja ist ja gut eiersuche such die eier such die eier ist ja wie ostern hier mensch der panda geht voll ab ok auch genau einfach mal kurz im drin gepeilt mein freund war diga halleluja was ist das für eine skillveru bitte hier ich habe 2 von 5 basilisk mhm alter nix das dinger gegen hier über uns warte crest du igen ja wir müssen eier wieder zerstören hier ja jetzt hier wieder nur eins sind anscheinend ooooh aber ihr könnt wenn ich zu zweit ein eier rein stellen ja er hat auch ganz in deutsch mit ihm ja zu mehr denn er muss eigentlich noch aufdrücken er macht halt schon mit dass der basilisk und der basilisk lässt mich erstmal in ruhe ha bist du instant ja ist ja gut mein kleiner du darfst jetzt auch stimmen ich reiche dich hoch du doch nicht ja mein kleiner guck mal der tut mir nix ooooh bist du süß ooooh man da der dicke kokonis stirb du missgeburt kacki komm her ihr ei 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 alter ei 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 weil ich sehe ich da wie viel hast du jetzt so ich habe jetzt 5 von 5 mir fehlen noch 2 ja dann hier auf der seite müssen glaube ich gleich welche spawnen ja ja da kommen sie schon jetzt zum beispiel eins ooooh hier komm komm her zu papa wir sind auch noch 2 da noch dann gehen wir nochmal da rüber da ist auch noch eins ich hätte den mobs hier erstmal hochgeflogen alter ja ich habe ihn so das ist ein mega kapieren so nico müsste jetzt auch soweit sein richtig wie viel basilisten brauchen wir noch 5 von 5 habe ich jetzt fertig diese eier nakellose augen ab habe ich auch fertig finde und verschwundenen suchtrupp und kumas kippe also einmal hier links unten fehlt mir noch irgendwas ja mir auch von dem verschwundenen suchtrupp bei der stufe 20 verließe die basilisten scheiße sie töten ist nur eine stufe 2 basilisten töten ja haben wir auch gerade nebenbei noch jemand kann man auch hier ja musst du dir jetzt das war ja ja auch ja auch schul aus und ich 4 von 5 1 von 5 warum steht jetzt bei mir schon wieder 1 von 5 kann doch gerade 5 ja weil es wieder so eine Tötungsquest ist die aktualisiert sich ja immer wieder ich brauche diesen 1 jetzt hier noch und dann passt du es oder gemacht und dann ist gut dann kannst du es eigentlich ignorieren dann würde ich sagen wir treffen uns denn bei den drei fragezeichen das sind ja man schon das muss man quatschen ist jetzt nicht irgendetwas redet wenn ihr alle drei angequatschen hast kriegste ein fragezeichen oder treffen wir uns dann gleich aber ich habe eine golde abgeben der hat es nicht neuer das war der und dann dort drüben das war doch schon das war auch eine 1 rotes fragezeichen goldes blümchen ja goldes blümchen oder goldes fragezeichen die drei fragezeichen so haben wir was ist denn mit kumas krippe kann sich da einer was mit anfangen weiss doch gar nicht was willst du denn ständig von mir junge Guck mal aufs Krippe, ah warte mal, ah Weltparty, ich hab's ja alles cooles noch, was, ich nix zu brutal finde, die Leiche eines Vasilisks auch fast alle, alter Bestien. Mein Gott, ey, diese Nervensegen, ey, der hat wunder was hier, dieser Ruhrsaal, hab den schon abgegeben, ja? Ah, warte, ich muss doch da hin, dann. So, dann warten wir mal hier. So, komm, komm zurück, komm, komm zurück, komm, 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 komm. Oh, hier ist noch was, hier ist noch was. Alter, ich hab mittlerweile sechs, na, alter, was. Jetzt muss ich keinmal durchsortieren, das ist mir langsam zuviel. Er hört, Elixier-Prototyp findet eine Leiche eines Basilisken-Opfers im Tal der Bestien? Say what? Also das kommt schonmal weg. So, wo seid ihr denn jetzt? Ich bin grad links und auch diese Quest, die wir grad hier angenommen haben, noch schnell. Links? Also die zwei oder weil? Na, die drei, diese komischen Typen hier. Weil du hast grad auch die Quest von dem Wichser da angenommen. Ja, das ist bei mir die... Zeal! Wir müssen diese komischen Typen ekelen. Ja, so eine Tötungsquest, die sich immer wieder aktualisiert. Nein, nein, diesmal nicht. Keine Ahnung, was du meinst, Nico. Das war doch grad eine ganz andere Quest gewesen. Was ist denn jetzt gewesen? Nein. Ich hab gleich gesehen. Warte mal. Aber hier ist Nico. Ach, hier unten, auf dem Holzweg da. Ich muss noch drei. Dann ne Wurzel von dem. Mahn, Hurensohn. Hör doch auf damit. Ich hab so viele... Du bist auf dem Holzweg abgeschlossen. Geht doch. Oh, hier hinten auf den Sack hier. Oh, hier hinten auf den Sack hier. Oh. Weg. Brauch ich nicht. Ja. Jetzt. Dann hab ich nur noch... Auf den Holzweg hab ich fertig. Ja, der ist ja fertig. Ein paar Eier zerschlagen. Muss. Also ist dieses Fragezeichen noch? Denn einige haben alles gegeben. Rote Blume. Und Kumas Krippe eine 1. Okay, wer ist denn dieser Rusal? Herr Rusal ist der hier. Ein schöner Angriff. Warum kann ich denn die nicht abgeben? Ich hab die abgegeben. Palaan. Wir essen im Palaan. So, und... Um das. Was? 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 Das hast du abgeben dann? Was? Wohin? zu finden ist gleiche ja diese rück hoch was habt ihr jetzt noch haben der stadt der beiden da die grünen alle weggekappt ich habe ich habe da die oder fest vor die kacke er sich jetzt kommt die quest wieder unten diese baum fischen fischer töten so besiegt ja ja alles klar auf den holzweg und die wurzeln zu parla und gleiche sammelt überweste auf habt ihr kumas krippe kurs krippe ne die machen wir gerade noch gar nicht wir machen gerade ein paar jahr zerschlagen hier sammelt je überreste ein geschweige denn das opfer von dem ja das habe ich ja schon ich weiß nicht wie weit er jetzt ist kaki wie weit bist du jetzt nämlich kaki 1 8 muss ich muss hier kumas krippe als erste stelle danach kommt einmal in die breche und der beseitige die grüne scheiß kommt auch immer danach die aufgabe immer noch ein paar ja die geht noch ein bisschen weiter die machen wir gerade ein paar jahr zerschlagen die machen wir gerade also hoch zu der eier noch mal die gleiche die leiche die quest ist so du musst jetzt die vorne gleiche einsammeln genau die da genau die gleiche da muss ich noch mal mit aktivieren wird ja das muss ja immer die unbissglückte lei und verunglückte leiter denn die verstümmelte gleiche das ist ja so ein bisschen doppelte moppel naja was will man machen jetzt die los danke die karte ist auch nicht immer genau so welche größte machen wir jetzt erstmal als erstes die kummer krippe ich würde sagen stufe 18 hier einige haben alles gegeben die drei frage zieht die ganzen viecher angemesselt die habe ich zum beispiel alter diese vorhut scheiße hätten sich echt sparen können oder aber jetzt was ich mache ich noch den ehren schnell der ene fehlt mir jetzt nur gerade gut hier bitteschön jetzt nervt mich mit den scheiß nicht 20 von 20 ich habe fertig so hat habe ich schon wieder gekriegt jetzt müssen wir da hoch zum zweiten irgendwas mit dem zweiten machen zweites bei mir stufe 20 sie bei westen drei töten musik davon so wir müssen jetzt erstmal stufe 18 einige haben alles gegeben habe ich weiß habe ich zum beispiel die drei fragezeichen die habe ich ja der hier habe ich glaube der spaß über die haben wir schon eigentlich gemacht jetzt müssten wir haben 1 kumas krippe zwei noch einmal in die breche und drei die reißer ziehen genau bastions lockt bastions wird er das alles grün das ist uninteressant ist nicht grün das ist immer rot und immer gelb also wir müssen wieder basilisten töten drei stück mal gerade hier auch die alle ein auch 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 wir einfach schon 22 22? So, wo seid ihr jetzt? Ja, wir gehen jetzt hier hoch, zu wo die Eier waren. Da haben wir uns nur die töten. Da ist die 2, da sind dann die Zone, wo die sind genau. Ja, ist egal, also 2 ist eigentlich nur was, die ist und töten, egal in welcher Zone. Ist ja nur ungeblich, also gerade. Ui. Alter, die überhaupt einen hier mit Quests, Alter. So, und noch einen. Da ist der nächste, da ist er noch. Welche Quests macht ihr jetzt genau? Frage sage ich nicht. Äh, noch einmal. Ich gebe jetzt mal. Ich gebe jetzt die Aufgabe. Ich gebe jetzt die Aufgabe. Ich gebe jetzt überhaupt hier. Die komische Ballistenstreiten-Kakter. Wie ist hier vorne abzugeben? Oder nicht? Sag ich abgeben? Wart mal gut. Wo war das jetzt sogar? Vernichte Baselisken haben wir. Ja, die ist automatisch abgegeben. Nee, bei mir zeigt das rote Händen, na, in Wolf Zenova. Ja, das rote Fragezeichen meinst du jetzt? Na, warte, warte, was ist denn hier? Benutzt den Sprengsack, um die gehorteten Waffen zu zerstören. Chris können nur im normalen Modus abgestoßen werden. Hab wir die, die, die. Tötung scheiße. Das ist vergleichbar. Auf jeden Fall, wir müssen es jetzt in Instanz machen. Wir haben jetzt in Instanz eine Gruppe. Sollen wir machen. Wenn die zu den Typen jetzt hinläuft. Können wir uns erstmal irgendwo sammeln? Das wäre echt cool. Ja. Ich stelle mich hier hin bei den Typen, wo ihr ihn müsst. Alter Vater, ey. Ich zeig nicht mehr so viele Aufgaben. Das ist schon mal gut. Das ist alles weg. Äh, Stufe 20. Kumaras Klippe ist eigentlich, wenn wir jetzt, äh, wir zurück nach Velika gehen, die Stadt. Neigel. Und dann kommen erst Kumaras Krippe. Keine Ahnung, was das sein soll. Herr Ako? Ako? Der Konnektiert. Die man braucht nie alle gerät. Ja, und, äh, noch einmal in die Bresche ist, äh, wahrscheinlich so eine Instanz Krippe. Ja, ist die Instanz Krippe. Ja, ist die Instanz Krippe. Jut, was machen wir jetzt auch ein Fragezeichen? Was habe ich? Du hast jetzt hier auch ein Fragezeichen. Das ist noch einmal in die Bresche. noch einmal die brüche ich muss drei baulisten türen habe ich jetzt gerade ja dann musst du noch zwei alleine da kommt seit mir seit mir ein paar questen voraus deswegen ich sage ja die ganze zeit bleibt doch natürlich aber gehörten keiner zu selbst nicht energisch genug das wird sein hat gereicht er muss die hälfte machen wir doch bei dem da die hälfte sagt bescheid wenn er bei der hälfte bist ich war nicht so viel der menschen ja er hat dazu hast du ihn bekommen war ich habe oben vier von fünf habe ich hab zwei von drei wir haben welche den vorne noch immer hat in ihrer grüße jetzt ist es nein ging nicht auf mein konto der gründer konnte der typ der andere spieler jetzt ja für eine austin blake ich muss den typen anquatschen kurze frage mal ihr für quest haben wir noch die reißer ziehen kurze frage die truppen kräfte aber müssten eigentlich stufe 21 was die unlocks waffenkisten und so ja ja die haben wir noch also dann schäbige kommentarien stufe 23 ich möchte jetzt glaube ich finde auch so ne er gab noch vier quests die hier wird die reihe in eine andere welt heißt meine quest 1 zu was also kumas kruppe eine kappe in kumas kruppe habe ich und das heißt einige haben alles gegeben die sind das nachkommen von der worte kommen lassen und was die alle verscheiden noch nicht freigespielt stebe meister naja bis die gruppenaufgabe des 20 20 ist hier mit denen habt ihr noch mal 23 quest die sache nicht der 1 von sequest ich bin der der 21 jahr der gewinnungs kämpfen kämpfen ich bin fast 23 ich bin glaube 22 wo aber ich habe hier keine aufgabe in meiner richtung hier wurde jetzt bin hier zeigt wenn ich dann zu karten kann doch amok kapiolisch ist also quest haben wir noch kumas krippe kommt später noch einmal in der breche schwieriger kuma schirten den habe ich auch dann lassen die reißer ziehen genau das gleiche gleich habe ich auch wir noch her lassen fragezeichen also wenn jetzt aber wo es dann fragezeichen wo es noch weiß ich ja die christi wir gerade machen stufe 20 bastion lox also die vor allem ja die ist so vorher so was sagt er uns jetzt drücken sie ob es jetzt hast du instanz gruppe suchen richtig und dann ganz was mitnehmen ja da muss ich aber der gruppenleiter machen das bin ich nicht mit uns instanz gruppe suchen seid ihr noch drin ganz kurz anrufen hier jetzt betreten danke der drücke mal gespannt jetzt so zu essen über dem buch ich gebe mein wie sie gerne weiter auch nö das ist das geheim basislager des kurs von locken von mir haben die D-Warner ihre Waffen Alter Scheiter die Kultisten verletzten sich in den letzten Jahren doch die Tür ist mit der Magie wir müssen ja auch fünf Leute sein nur Kultisten können hin geiiiil ach ja voll quatschen so der Golem ist unser Ziel ach du scheiße gut seid ihr soweit warte da nicht, guck mal ein Video an jetzt warte, jetzt kommt der Komischee ach na der Golem ist unser Vorgeschmack so, abenteuerlustiger Kristallhändler alle verkaufen, was ich nicht brauche danke so jetzt, war weg so, alle eure Zauber auf Makros angelegt hoffentlich alle mal, ich muss zu gucken äh, blub 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 so jetzt muss man hier, ok, was der Welt ist halt neben, Alter ich muss jetzt mal kurz was kicken das Funktion nuckelt danach der Burst Schaden und dann könnte ich den zum Angriff auf Dipp nehmen ja, geil Funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe ha, geil na, dann würde ich sagen let's go seid alle bereit tun sie mal dann, dann los ok ich renne schon wo seid ihr die Waffen kann man nicht kicken hier ok das muss man sammeln nö einfach weiter laufen erst mal ok hier, ein aber noch ein Ok ich habe ja, ok ja, ok alle Tanks in der Zeit, da bitte nach vorne, danke ja, warte, lass mich mal vorbereiten, da bin ich noch ganz so gut ist die jahre für alle auf gleichem level gestuft worden jetzt haben wir keine overpowered level mehr aber am Schluss gehen wir alles zusammen ja so ist es jeder kommt wir sind die besten wenn wir looten weil wir uns gut soweit ist jetzt ach da ist ja nur einer zwei die heilt erst mal instant okay fett fett da da waffenkiste waffenkiste noch einmal die brüche noch einmal die brüche warte mal kurz mit als hier oben gerade mit den anderen kisten noch ja was wir jetzt machen ach sie bomben die wir haben warte mal jo inventar muss ja hier in diesem inventar auf dieses log buch gehen da haben wir noch mal geschafft ja so ist es so mehr mit der reise und 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 gut 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 das ist auch wieder dick machen das ist auch noch eine Piste tack ey Jungs, ihr kämpft ja schon, Alter ja, ich bin bei dir ne, komm mit zuerst wahrscheinlich ach du scheiße so, anderen als Hiki leider hat ich alles noch da sind noch zwei wo wo hier links, da der haut ab, der blöde Vogel da ist noch eine Kiste ach, macht er schon machen sie schon alles Gibt's hier oben was schönes oder ist das eine dumme Saftgasse Kiste Kiste warte mal kurz hier oben ist noch zu sitzen hey ach, das ist immer so küsst eine fehlt noch die hier oben herrisch oder wird ne, die haben wir gerade die letzte ja eh ne fehlte irgendwo muss noch eine sein ich geh mal hinten nochmal guck mal, ob ich deine übersehen habe ich glaube, die kommt jetzt nicht, die letzte hier kann das nicht auch durchaus möglich sein dann ist sie aber hier ist da keine mehr eigentlich, wer sind die denn alle äh, ja, EG sind auch nicht müssen wir noch kurz nochmal zurückgucken hier müsste jetzt der Golem kommen rein theoretisch ist keiner, weiter hier oben wirds ja nicht sein ne ne, hier sind nur die dddd-d-dd-d-d-d-d-d-d-d-d hier ist das, hieß es schon? ne? genau eine Kiste da oben kann kein oder lags da war doch ne Ehe Aber warum ist bei mir hier noch ne 3, das verstehe ich nicht ja das ist die Das ist die Kistenquest. Das ist die Kistenquest. Oder die ist bei dem Golem direkt. Ja, dann würde ich einfach mal gucken, sagen, machen wir. Ab zum Golem? Weil da gibt es dann noch weitere Wege. Warte mal, warte mal auf Nico. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wird schon da, wird schon da, wird schon da. So. Warte. So, kommen wir jetzt noch an den Piss. Alter, ist ein Witz, ne? Yeah. Einfach voll Rinn in den Tunnel. Aber Wego voll dafür. Oh, dann hat er noch los. Ah, mit der Coyne. Ah, mit der Coyne. Bats, ihr Bitches. Hält das mal radiert? Die sind ja nur kleine Füsse, alter. Es lohnt sich ja nicht mal ne Ulti zu machen, ne? Aber doch, gerade das so viele sind. Ne? Lack die mal an hier. Sooo. Seht ihr hier irgendwo ne Kiste rum? Da ist ne Kiste. Hier links. Ich mach die schnell. So, warte mal. Ich glaub, die eine reicht nicht aus. Das ist, da können wir jetzt durch die Golem zerstört haben. Glaub ich doch, die eine reicht nicht aus. Okay, dann machst du. Joop, da ist die Kiste. Sehr schön. Hammer. Hab ich schlossen. Weg ist er. Haha, ja. Da krieg ich mich hier auf der Fresse. Oh, ich hab da ja eine. Ritzer? Ich bin wohl. Woohoo! Mensch, der Tränenpanda kann sie ja glühen, das ist ja krass. Der Tränenpanda, ich bin hier gerade alle. Mein Gott, vom Nest? Hallo! Alter! Geläuft! Oh, da kommt jetzt der Goolonglei, nachdem zwei Jungs hier... Oh, noch mal die Ultis aufladen... Die ganzen Monster bringen den 1 Achtel schon zum Weißloot... Er ist halt nur 1 Achtel, ne? Ja, grob mal 1 Achtel... Wer bist du denn, Alter? T-Tiker kann man auch bei ihm... Das ist ein richtig krasser Mensch... Äh... Alter! Die kann austeilen... Die war schon... Das ist schon wie wir aus der Fianumelle kämpfen... Jetzt sitzt ihr da vorne... Alter, der kann auch nicht einstecken, der Typ, ne? Das ist ein richtig krasser... Das ist ein richtig krasser Mensch... Das ist ein richtig krasser... 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 Die Alte da nebenbei noch heilen tue! Jetzt, doch doch, Alter... Süt... Oh nein! Ach komm! Das ist jetzt Generations, oder? Nächste Runde, meine Freunde! Ja! Und los, Vico, Peter, Peter... WTF? Jetzt kräft er aber auch mal richtig an. Eine Schwachstellen, kurze Frage. Was? Links das Auge, glaube ich, oder? Nicht hier sehen? Ja, der legt jetzt noch mehr ein, Alter. Echt? Jo. Dann lässt du doch schon D-Waffen mit allem, was du hast. Boah! Alter, so können wir die nicht in Ordnung. Oh nein, haben wir gerade, Alter. Der Ding ist ausrastet. Können wir zählen, Mann. Wir haben wohl in die alte Schwachstelle. Ah, jetzt wüsste ich, warum ich keinen Schaden machen konnte. Ich war zu weit weg gewesen. Boah! Das ist dein Typ, Alter, okay, ohne Witz, ne? Ey, der hat gerade mal 8 runter. Alter, Alter, du musst es helfen, Alter. Digga, da kann man jetzt richtig Strom einklopfen, Alter. Aber da muss man echt fett verloren gehen, Alter. Ohne Witz. Und dann gibt es noch mehr, noch mehr, wo ich mich eintrissen würde. Oh, mein Gott. Das kannst du ja gerne mal sehen, Alter. Ich hänge fest. Alter, ich habe schon die ganzen Spales raus, aber es geht morgen mehr hier. Ja, Mann. Da ist mein Digga. Aber irgendwann ist vorbei. Mein MP kommt noch kaum wieder da her, Alter. Meiner auch nicht. Deswegen muss es ganz oft diese normalen Skates machen. So lädt es in der MP ganz schnell auf. Was macht der denn hier? Brauchklatscher durch quer. Ja, ja. Oder was? Digga, was los mit dir? Alter. Okay, wunderschön, wenn du zum Mann unbedingt rein musst. Ne, ja. Würde mich auch nicht wundern, Alter, natürlich. Okay, komm mal kurz jetzt, sag ich. Moin. Picker. Dieses Albus schlägt ein wie ein Meteor. Oh ja, die Baum klappt's auch. Oh, misselt, Alter. Digga. So, die Hälfte war fast. Oh, nein. Ich raus hier. Oh, fucking, Alter. Also, wenn er den Boost macht, ist auch, wenn er gerade zu großzeig mal Dings macht. Nein, du Hulsohn. Oh, doch, ich hab's. Ah, jetzt ist es nicht, jetzt ist es. Ne, ne. Wir warten so, wie ich hab' ich. Wir waren ja schon bei 5 mal gewesen. Wir haben ja keine Wüste mehr. Hau drauf. Aber jetzt geht's besser. Oh, mal halt, ich muss mal drücken. Oh, alles. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, ja. Oh, ich hab' keine Tränke mehr, Dings, Alter. Was hab' du? Ich denke, ah, soll, ist... Puh, ich weiß nicht, mal in der Tat zu bleiben. Ah, nicht, Dings. Ah, jetzt kriegst du mich an, Alter. Ja, eigentlich schar, aber der hält uns nicht durch. Ja, hier, nur die Außen, immer. Der andere ist unten. Mein Gott, ey. Oh, man, die alten, die alten, hab ich's. Das ist unser. Ja, 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 das ist unser. Dann rein. посмотр cook ja, das isticek. Da sind wir, da sind unsereramatic Ange, oder? Oh. Oh 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 So Er kam verter steig geflogen digger Er kam herz dicke Die gerade gefloben Oh da hat sie mal an der Ecke gestoßen Sehr schön Jawoll Schön Rinder, Alter Rinder Oh Ich hab die sich schon bald gehabt Gar nicht Oh Boah Schön Zum Glück auch mal auf dieser Heidehunde hier, Alter Ja Jawoll Wacht mal Ich lebe fleiße Bisschen Aussage Wacht Oh Ich bin Und Ich bin Wacht 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 Was ist das? Nein, nein! Nein, nein! Alter! Du war fast tot, Alter. 1 HP, glaub ich noch. Alter Schwede! Kinderz, es geht noch weiter. Alter, kann es gehen wir uns hier, man. Er war noch nicht der Endboss, wie es nicht war. Da kommt auch was anderes. Alter Schwede. Alter Schwede. Level 23, ich werde gekloppt. Leck mal am Arsch. Ja, ich bin noch kurz davor. Ich bin noch kurz davor. Jo, hi und zwar alle hier bitte. Mach mal hier, mach zu gerade, mach zu gerade, mach zu gerade. Zepter des Falschen. Okay. Okay. Ja, der zeigt mir ja zum Draften, Alter. Oh, Alter. So, erst mal kurz die Inventar. Äh, Chris Teifel stecken. Genau, irgendwas, irgendwas. Inventory. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich hab nichts mehr zum Eingruß. Ich kann immer noch mal gucken. Ich kann immer noch mal gucken. Ich kann immer noch mal rinpfeifen. Ich kann immer noch mal gucken. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich noch mehr machen. Dadurch, wenn ich noch mal noch die Mar Gabine in der Garten, Ich kann never machen. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr, dass ich es nicht mehr machen. Ich kann auch nicht mehr Sachen machen. Ich kann nicht mehr können. Ah, weg, nischt. Ui, da kann da geh eh mal hier in der Frisse. So, seid ihr alle ready? Da fix sie heilt, bis auf die alte hier. Naja, die heilt sich später dann wieder mit. Na gut. Geht auch noch mal ne Kiste. Äh, das haben wir ja, fertig. Wo ist es? 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 Hier? Er startet Bericht, die Sagen und Kreise. Und noch eine Bärschwein. Mudranak in der Bastion Loks besiegen. Oh, Alter ist ja noch so ein langer Weg da unten hin. Und, yo, Mistfeacher sind auch wieder da. Aha. Ja, hier. Ja, ist gar nicht übertrieben, Alter. Überhaupt nicht. Warum? Ich... Es ist rein, ich... Wenn wir in der Küste... Wo willst du denn? Ich... Es steht da ja immer. Ja, ickel. Ja, ich... Des weis... Es steht sie noch. Alter, wie wir gerade noch gebaßt haben. wir gehen jetzt schon mal vor und räumen auf ja da ja wir kommen schon wann können wir nicht einfach durch die wand durchbrechen und einfach die sind nicht mehr so hoch geskilled ist ja doch hier sind die sind nicht mehr so hoch geskilled alt geskilled hier was ist das denn ach du scheiße was ist das denn ok hey level 23 ok ich wollte schon 2000 alter weiter leiter ich kann erzählen ja was hier los ist da bist du aber auch nur vier skills hier hast du ja einfach mal doppelt so viele skills du kannst ja noch ketteangriffe machen oder ohne ketteangriffe würde ich auch alt aussehen da würde ich auch gehen es wird sich den einzelnen dann auch klingt ne 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 da also ich liebe meine komo angriffe da kommt ihr ja das alles heiß schon ich meine ich habe einmal einen Mikro-Eis hat als AOE und eine Nova ins Land mit AOE ja ja ich bin schon ganz einfach Der letzte Standard. Alles als Kettenangriff gerade. Kacki. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Aber ganz ehrlich, die sind mal Bossgegner, wo man sagen kann, Alter. Halleluja. Das ist ja echt kranker, Alter. Ich muss unbedingt die Wirkdauer meiner Zauber verringern. Alter Schwede. Meinst du den Cooldown oder Verringern von deiner Angriff? Das hat die einsetzt. Das dauert mir zu lange mit dem Zaubern hier manchmal. So, rechts oder links? Sucht's euch aus. Erstmal hier oben hoch. Also hoch, rechts. Da warte nur rechts. Also rechts, ja. Ja, vorne links vom Radgegner. Also überlaute rechts, ne? Hier haben wir noch ein bisschen... Hier haben wir noch ein bisschen was zum Looten. Ähm... Okay. Das sind ja richtig kranke Jungs hier. Warte ich nicht, du steckst einen. Und das war der Raum, wo wir hier das Gespräch belaust haben. Ja. Ja. Du bist durch. Alles klar. Du warte oder wenn? Kannst du den Cooldown zu haben. Nee. Die fahren mit mir weg. Nö. Nö. Ich kann gerade fragen, was ich für einen komischen Helm aufhabe, aber das sind ja meine Hörner. Lass mal so auf die Just-Mass gucken. Ich hatte auch schon ein paar Mal. Ey, ihr habt ja ein Level abgehabt. Ja, unsere Heilerin. Ja, die ist doch 23. Oh, das sind alle Stufe 20. Also zumindest, wenn man den kurz lesen kann. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist misch. Schade. Ey, der tut ja auch nicht mehr auf. Mir tun schon die Finger weh. Mh, ich will. Alter. Was ist das denn? Kratschreißklau. Looten, looten, looten. Und weiter jetzt. Gott, ey. Ich bin. ich sag dir wenn wir haben wir das spiel hier kriegst du dich das machen was ist das denn ach so stufe 24 ja da sollten wir wollten erst noch bis zum ende durchlaufen und da noch nicht rein ach so okay das ist unser endkack wieder krieg hier gerade die pilz geschmissen ich hole mir mal die zwei jungs hier tot tot und einsam als fall um obst fallobst was ist das hier geheimnisvoll quest jetzt angenommen schlimm das ist ja eher drin die ist ja nur hier drin deshalb zeigt auch dahin zu dem boss gut alle mal sammeln dann hinter ja ja so wer jetzt noch skillen möchte kann gerne skillen ja es geht auf jeden fall vor allem noch mal ich finde es ist er denn alter hatte dass sie hier im bappel oder hier bis hin wir heute machen wir immer hier kommt man ja ich stelle euch in der mitte hier bei mir immer so immer mal wenn wir alle noch mal auch 321 meint los jetzt auch 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 kümmer ihr euch um den großen wir machen die krägen doch Waddu? Du warst duftest. Du bist nicht nuss geworden. Du warst. Der geht easy ab. Der geht locker ab. Der geht locker ab. Oh. Ouch. Waw. 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 Der hat mich wirklich alle Weil mich man weg, wenn ich mal wüsste Hier Eien, Eien, Eien Nicht, Ich meine Wir haben also Siens Die Waffe Ich Ich Waffe Ich 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 das ist schon so lange die Verbindung da ist. Damit fehlt uns jetzt natürlich gerade Mann. Nein, so lange die Verbindung da ist, dann ist der Rettung hier rum, aber das ist gut. Ach, ne doch nicht. Ne, der ist ausländ. Oh, der wird jetzt richtig ausrassen. Jetzt wird's nacken. Aber die ist noch was, halt. What the? Da ist er jetzt wieder. Jetzt wird's wieder? Ja, jetzt ist er wieder drin, ja. Oh, nie, alter. Ich hab' gerade eben fast genommen. Ja, oh, alter. Nämlich die andere praktische Jail zu. Ich glaube schon, dass du so easy wieder reinkommen konntest. Ja, das ist gut, alter. Ach. Gerade wenn ich so was in mir zu Zeit höre, ist so, ich kann nicht mehr loswerden. Das ist jetzt vorher. Ja. Ja. Das ist dann eins. Oh, der steht schon dabei. Der steht wohl, kurz vor allen. Der steht ruhig. Der ist schon dabei. Der steht schon dabei. Der steht schon dabei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, der ist ja in der Auge, der Dicke 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 Dic Er ist gleich, ja. Er ist kleiner. Ah, der kommt mal her, alter! Ah, guck, der hat mich aufs Maul! Alter, das ist immer besser! Der geht tatsächlich so weit! Alter, das ist ziemlich schwierig, Alter. Entschuldigung. Aber gleich wieder nochmal! Bam! 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 Ah, das wäre also alter faktisch. Mal kurz, architecture. Alter, Alter, Alter! Alter, Alter! Alter, Alter, Alter! Alter, Alter, Alter! 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 Alter, Alter Nichts will der meiser, seitdem Teil mich! Wie bist du? Teil mich! Das ist nie passiert! Ich will zaubern keine Hälfte sie aber hält nicht, aber nicht... Der Roboter hält immer spontan so. Ja, der ist nicht los. Die sind so oft vorbei. Ja, das ist voll durchrecken. Das sieht die Akku ja wohl aus. Oh, zieh deine jetzt hier in der Kotz. Ja, du bist nicht los. Ich hab's kaum zusammen gemacht. Sehr gut. Sehr schön. Alter Schwede. Du bist eigentlich schon tot. Schöner Grafik. Schöner Grafik. Unvolle Grafik, Bagger. Alter. Ist doch richtig. Ist doch der Finger. Ist ja krank, ey. Kannste echt mal zählen, oder? Looten. Nee, Mann. Ausgangsportal. Grubo, Alter. Juhu, 25. Schöner Grafik. Tun euch auch so die Finger weh. Ah, okay. Ich kann auf die Rüste mit Mike Lehmann. Och. Oh, die seelengebundenen Ringe. Der kleine Panda geht ab, ey. Ehh. Hehh. 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 Wie geht's noch? Ach, wie geht's noch hin, Alter. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Er hat die Lehmann. Ah, ne. Erstmal die Lehmann. Ich ziehe den nicht zu überstürzen. Aber ich will erstmal hier kicken, weil ich noch habe. Alter, die Lehmann, wo ich richtig bin. Sagt, sie sind riesig. Wir machen Stoffe 11. Rehlenbindung. Ja, nein. Komm, wir machen so ein Moment. Das macht gerne. Oh, ey. Das macht tatsächlich drin. Was ist das? Crazy shit, man. Ich muss noch reden, Alter. Ja, jetzt haben wir hier eine Tauschmarke. Kann ich nur kaufen. Alter. Wir müssen jetzt alles nur noch abgeben. Das wird shit. Und danach? Ja, dann rauchen wir es. Ich weiß gar nicht. C, A, M, K. Wollt der jetzt schon rauchen oder erst danach? Ich ruche jetzt schon. Na, dann bleiben wir noch kurz hier drin und chillen noch ein bisschen. So, lieber Stream, ihr habt gesehen, wie es abgeht. Oh. Ups, Falterknopf. Alter Schwede. Schon wieder Falterknopf. Schon wieder Falterknopf. Schon wieder Falterknopf. Mann. Jetzt müssen wir da rein. Alter. Junge, Junge, Junge. Scherri. Scherri, da kommt ein Schwarz auf dir zu. Alter, warte ich an Scherri. Scherri, du willst schon, du musst aufhören. Alle schon 25. Verkasten Kristall sind nicht so gemein bei. Das ist 3 mal 3. Und 4. Dann macht er. Scherri. 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 Leder. Scherri. 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 Schon das so gekriegt hat. Oh man. Die hab das auch bekommen. Du musst da umwandeln. Alles liegen. Jetzt geht es gut. Ah jetzt außen. er zeigt eine rüstung an der dach später er gab es fast 10.000 leben und körper aber wieder kopf nüsse schwanz körper körper alldächtig kreuz ist Gott, ne Geschenke kriegt. Wer? Ecker. Wer ist denn das gekriegt? Seid dich stupend. Machst du ein Geschenke, Alter? Ich hab ein Geschenke gekriegt. Bei Tränker. Ein Geschenk drinnen. Frag mich jetzt bitte nicht, wo ich das hier hab, ja? Das war einfach dran. Schriftrolle der Wiederbelebung. Okay. Da hab ich auch. Nö. Komm, nischt. Bin arm. Ach da. Segen der Göttern. Da hast du dein Geschenke. Sag doch. Puh. Ah, da haben sie Geschenke, Alter, ja? Eber, hast du dich gefunden bei Getränke? Ja. Getränke, ja? Inventar. Schau runter scrollen. Ja. Getränke, okay. Wie heißt das? Segen der Götter, ja? Das ist ja einfach so ein komisches Geschenk, Mann. Das siehst du. Einfach ein Geschenk, Digga. Ne, Mann, hier ist nichts. Was ist denn? Ich bin mal hier durch. Was ist denn das hier? Hast du eigentlich auch neue Rüstung gekriegt, Paddy? Ja, hab ich doch an. Ich bin schwul. Echt? Ich kann auch keine neue gekriegt. Ich hab echt keine neue, aber ich krieg schon. Ich habe keine neue bekommen. Wo ist denn Daniel eigentlich? Der ist gerade auf dem Klo oder so. Ey, Mann, ich würd auch haben. Krieg's aber nicht, das ist nur halt für coole Jungs. Das ist nur halt für voll krasser Typen. Was ist denn das? Nein. Nein. Ich stehe auf dem weißen Thron rum, nur du kannst die Kacke nicht aufmachen, alter. Kotzst mal. Oder also. Ey, kotzst mal den Stein hier hinten an. Habe ich schon gemacht. Habe ich schon, ja. Habe ich schon, ja. Das ist mir ja, weil ich keinen Thron pissen, alter. Das ist wohl, ja. Und mir geht's nicht hin, hier. Ich renne jetzt auch rum. Und suche Zeit ab. Stimmt, hier ist es irgendwann noch. Na. Gibt's nicht. Sweetly! Mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh! Endlich, alter. Näh. doch ich glaube ich habe gerade die größten schiss meines lebens gesetzt ich habe eigentlich alle neue rüstung bekommen aus das meine ich ich verkocke hallalulu hallalulu So, wo ist unser 1.8er Typ? Da hinten. Ah, ich hab's fast übersehen, weil er so klein ist. Ne. So, wo ist die andere Olle? Schon weg? Ne, die läuft hier rum. Ne, die ist schon weg. Schon weg? Ne, der Fadze. Ja, ich seh schon, die Karte zeigt sie auch nicht mehr an. Ah, den hauen wir ab. Ab jetzt. So, dann ab durchs komische Portalchen da, nach Piraten. Wo ist Teddybär, komm. Oh, mit Truppe diesmal. Da ist doch mit Truppe aus dem Kopf. Ja, manchmal sind ja bei dem Spiel ein bisschen so Buggy mit Teleportation in der Gruppe. Äh. Äh. Du bist ja trotzdem nicht in der Gruppe. Äh. Ja. Bringen wir das erstmal weg und dann. Schick. Warte, ob ich da unten hin bin. Zum Glück haben wir Pferdchen. Äh, da Jungs, die komischen Fischer können uns hier gar nichts mehr. Seid ihr schon was runter hin? Wir sind nur auf dem Weg da hinten. Ich bin grad auf dem Weg zu diesem komischen goldenen Stern. Hm, Dito. Oder Blümchen hat auch mal nicht sein soll. M-Mauerblümchen. Natalie? Hahaha. Hahaha. Alter, brennt mir die Rosette. Tch. Bist du dahinter an dir, Alter? Und du mal wieder Vicky Vicky. Und so. So, du Sattwitz, bitte Harm. Braucht ihr Hilfe? Bitte des Ausreißers. M-Mauer, zu. W-Mauer, werde ich den nächsten Quest von den Wichseln. Äh, da unten ist gleich weiter. Mh-Mauer, weiss, Er kann mal erstmal die Gruppe irgendwie verteilen, das ja. Ja, können wir auch machen, warte. Ech, top. Treffen aus dem Gold sind Blünchen. Ja, ist schon da. Ich mach mal schnell. So, wie sagt ihr denn hier jetzt überhaupt alles? Ich steh vor dir hier. Ja, und das ist hier eine smiley. Oh das bewegt sich doch nicht. gruppe einladung auf dem pferd du alter pümmler die kenne war weg so ist es ja komisch als achteltyp wieder ich muss verkaufen ja ich auch so verzauberte scheiße so da ist verkaufen 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 die untertitel schutz never mit der wertvollen lud her richtig schlimm man sieht er sieht an sachen schärfer das ist ja hier oberste krönung gerade die wir uns gerade an den metze geliefert haben so auf geht er ist ja nicht weit die blaue die rote blume ist ja auch gleich da da was sich die kleinen dinge einbilden nicht anzugreifen kriegen eine kenne aggressiv weil alle nur attackieren noch von hier sind wir gestartet da habe ich dich dran ist schon ein paar stunden geheimnisvoller bauplan er kann auch gerne geheimnisvoll bleiben das abgeschossen schäbige die alle das können wir jetzt schon wieder machen sie instanz ist wieder so eine grüne kacke also ich hab zwar wahrscheinlich viel langweilig aber so viel da doch nicht nicht wirklich so karte aufgemacht mach mal weg hier die instanz entfernen danke so alter wollen wir vom level ausgehen so dann müssen wir nach valkyre wieder also ich habe jetzt vier aufträge bitte des ausreißers die wagen umkreisen schäbige und die kummersküste uuuh nico einen blauen bogen dann würde ich mal meinen was war der scheiße erst mal was habe ich da schon wieder bekommen für ne scheiße ja da ist dass ich jetzt habe ein bisschen besser danke aber nein danke denn die kreis das hier unten weg ist wo die ist die ist in himmels viel und wir machen was kumaras klippen scheiße war kumas krippe meinst du was dann müssen wir zurück nach willix da habt ihr doch so ein zauber willix horn der teleportiert euch in die stadt fähigkeitsliste fähigkeitsliste und dann optionshafte fähigkeiten ja und dann wir nichts von und er drückt dann viereck fähigkeitspost er guckt auch gerade nach den horn aber kapitän immer eine liste gar nicht ich habe jetzt nicht passen wir fähigkeiten spezial fähigkeiten und dann müsste dabei aktive fähigkeiten einfach nur unter das grün also wenn wir sie nur an körper halten ankommen von felix von art ist ich habe ich gar nicht ergelegt hat sie von ist doch da drinnen aber als lieder mit den ländern flügel felix holi müssen lesen können das spätiger meine augen verschieben sich schon nur gebetet immer schlafen das ist die von bettringen sie sind spieler durch die schien zu kappen zu gehen ich habe nur felix maljahre hat er lektet alles Felix Rohn steht bei mir auch nicht Ja, sorry bei mir auch nicht Kierator ist Trommel, Erstellung, Scharfschütze, Flächelter ist ein 400 Pfeil Ich denke, dass ich den gerne aufmache Beteiligungspfeile, Eibende Pfeile Nö, gar nicht Nö, nö, nö Nö, nö, nö Äh, was hast du hier gesagt, äh, wie ist der Ort Wer liegt, das ist die Stadt, die riesengroße Wer liegt, wenn denn bitte, ja Äh, was, Fähigkeiten, aktive Fähigkeiten Ich guck gerade an der Teleport, Schriftroll, ob ich reinzufügt habe Das ist ein sicherer Ort Ne, tut mir leid Also, weder eine noch den anderen Also Schlechter wird es auf jeden Fall Ja, kurze, dass wir Wir haben die ja nicht, wie man sieht Guck mal, warte mal, ich erkläre euch Ich erkläre euch, ich erkläre euch, ich will dir die Ja, hier geht einfach Fähigkeiten Und dann zählt man ab da an, ab, ruhig Ich sage ja Jetzt jetzt nur viermal runter, viermal runterziehen Nur, viermal nur Da steht bei mir Klingenreißer 1, 2, 3, 4 Gefechtslauf Echt? Ja Bei mir ist zum Beispiel auf dem dritten Platz Okay, bei mir auf dem vierten Du bist der bei euch bestimmt 6, 7, 8, 9 Steht die Schwächte hat Und dann nicht stößt Kann ich aber auch jetzt erst nach 58 Minuten Wir benutzen erst Felix Freund Warum habt ihr das aber wir nicht? Das verstehe ich nicht Wir haben alle Questen gleich gemacht Guck mal, ob ihr die scheiße seid Guck mal, ob ihr das übernommen Kann man dann nicht einfach ganz um Teleporter Reicht hat nicht Ihr könnt euch schriftvolle benutzen Ihr könnt auch eurem Vitaillen Und einfach die Schriftrollen Die ihr geklickt habt Hier bei Flasche Teleporterische Schriftrolle Bewirkt Klapperlager oder sind scheiße Was jetzt habt ihr welche bekommen Hier teleportische Schriftrolle ist sicherer Ort Da ist das Dorf oder eine Stadt In der Nähe Und von daraus könnt ihr euch dann hier eine Stadt Habt ihr die Schriftrolle? Warte normal, ich hab grad nicht zuhört Sorry Ihr müsst auf Alchemist gehen, also Alchemie Und diese Flaschen liegen Und wenn da habt ihr Schriftrolle Könnt euch teleportieren zu Stutt Wirst du noch mal dabei kommen Habt ihr wiederbekommen mal da Teleporterische Schriftrolle Sicherer Ort oder eine Stadt in der Nähe Ich hab jetzt Teleporterische auch zum Waldwerkerlager ja Die hab ich auch ja der holt die mich verarschen alter aus hier die kurze karte ui und jetzt jetzt immer Ah ne, ich hab bloß gerade mal meinen... Ah, okay. Halt gut. Wenn nicht müsste er halt mit dem Pegasus zurückfliegen. Ich überlege gerade von wo wir da gekommen sind. Ist so ein, äh, ja, wie eine Nikle-Differmusk. Ich überlege gerade von wo wir da gekommen sind. Die denn? Ich kann dich nicht, gib mal. Aber die Kacke musst du auch noch reparieren. So, ne wieder da. So, bist du schon los, Nico? Ne, ich bin immer noch hier. Ich hab noch keinen Weg gefunden. Ne, halt. Ach, da hinten, der Flugmeister. Komm hier mal mit, komm mal mit. Wo bist du denn? Ich steh hier noch. Ja. Äh, wir müssen da lang. Ach da. Ei. Okay. I see. Nach, äh, was war das? Ähm, äh, Felica. Da unten. Runter. Ach, komm, Leck, Eier, Alter. Du bist gerade fach. Warum? Ne, komm, du hast genug Geld. Ey, du hast noch 10 Silber. Ja, diese 10 Silber hab ich nicht mehr. Ja. Hm, Mann, wo ist deine Hände? Mann, Arschlecken. Ja. Ich muss kurz eine von denen hier bekommen. Kann man denn irgendwie überspringen hier? Ja. Nein. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Nein. Ein wertvoller, dekorativer Edelstein. Und Rico schon wieder das Connected. Wollen wir wetten, der ist nicht bei Pio? Ich hab jetzt einfach diesen Scheiß-Edelstein-Zart-Ballert, der einfach nur zur Dekoration steht. Da steht einfach nur zur Dekoration. Was brauche ich für Dekoration? Habe ich jetzt 100 Gold für gekriegt. Oh ja. Frag mich sowieso, ob wir das wirklich noch brauchen. Ich bin der Meinung nicht, also... Schwachsinn, irgendwie. Okay. So, und ich fliege. So, ich bin da. Daniel, wo wirst du? Dann ist schon wieder weg. Daniel ist aber nicht in Filika. Da kannst du vergessen. Also zumindest Segen nicht. Mann, mein Toastung... Mann, mein Toastung ist einfach kein Els-Ehrer. Mann, mein Toastung ist voll weg. Sagen, mein Toastung ist voll weg. Mann, mein Toastung ist voll weg. Naja. Mann, mein Toastung ist voll weg. Mh, das ist voll weg und weg. Mh, der ist von oben weg. Komm! Zähn, ich bin von oben weg. Mh. Nein, ich bin der mit mir. Das ist voll weg. Da bin ich schon wirklich. Ganz so. Da mal da hinkommen ist erstmal ne Kunst Komm mit rein Okay, wo ist denn der Dani schon wieder? Ich sieht doch nicht wo der ist Eingepinnt? Naja, das hab ich nicht Den finden wir schon den Dani Also Dani steht jetzt direkt vor mir Waa? Dani steht jetzt direkt vor mir Und wo bist du? Guck mal auf der Karte Mach mal Weltkarte auf Und dann Ach da heißt sie Hast du dieses rote Fragezeichen Muss man ja wahr? Ne, warte mal Ja, doch Leck, leck, leck Das ist mal wie ein Trommi lang zu laufen Warst du schon bei den Fragezeichen? Ne, ne Weiß nicht ob Dani schon da war Er war wahrscheinlich wieder kacken Wenn er in diese Richtung steht Dann war er schon da gewesen Jo, da kam der Nachschiss durch Er fahrt's Warst du schon ein Fragezeichen? Ja Sag ich doch Natürlich Wenn er in diese Richtung steht Dann kann er uns gar nicht Wir werden auf die Pflicht Nicht auf den Ehrgeiz Ja, das hab ich jetzt So Wollte ich jetzt mal austesten Wie das Gain soll Leck 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 So soll man es eigentlich hin Na ja Hält euch bei Präfiken Packer Was ist das denn? Ein Teleporter der Stadt Ich brauch noch ein Händler Wo von Händler? Das soll grad dran vorbei Okay Ich weiß ja nicht wo da hin Ja, geht erstmal Schnell was das hat so ein bisschen stutzig macht händler 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 sich mal hier lang und dann so da er also zu 100 damit bei im der schien muss hier hallo verweiter es doch doch wie es lägt alter die Ursulie kommt erst mal nicht mehr weil er so ein Internet spürt um hier rum doch Gott ja 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 so was ist denn jetzt hier mit diesem Scheiß Kristallperlenblödsinn das ist totaler kack oder ein wertvoller dekorativer Edelstein, wer ist es nicht das ist totaler Schwachsinn, kann man verkloppen ist nur ein dekorativer trick das ist alle dort dekoratives kann weg da steht stufe 20 wie lika kumas krippe davor ist so ein 1 symbol aber ich sehe hier nirgends wo auf der karte irgendwo eine 1 war ein uhr die krimi es ist ein schlacht da werden wir in so eine kumas verwandelt und zwei teams halt so müssen versuchen den gegnerischen anführer zu töten wer zwei von drei runden gewonnen hat gewinnt das gesamte spiel das ist denn allein nur die quest also die ist eigentlich recht sinnlos weil es ist einfach nur so eine just for fun quest um zu zeigen was es neues gibt ich würde sagen wir treffen uns einfach erst mal um ich stehe einfach gerade so ein bisschen oder in zeit mal gucken wegen hausel bevor bevor wir irgendwo anders noch mal hingehen die anderen quests prüfen nicht dass da so ein scheiß noch mal ist wir haben eine regional quest ich will mal gucken dass ich hier irgendwo noch ein rüstungs fritzen finde oder so laden für spezialwaren kristallhändler ich habe wohl jemand herangelegt ach also das nächste wäre halt mit der ausreißers stufe 19 geht und sucht tuwaginaus tumba im holzhausen mir wird seki hier angezeigt ich weiß nicht okay du bist so doofig genau das mach ich auch gerade ah jetzt bist du da naja so dann lass ich mir mal das schnee das Ding durch geht das zu tun Tom aus Heutzhausen auf Beschreibung Henry warte in Heutzhausen bla 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 wenn stufe 19 ist kann ich ja auch nicht so besonders sein na die haben wir halt schon bisschen ich habe auch trainiert wisst ihr mhm warte 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 auf zum pegasus auf zum pegasus ok holzhausen tom da die behäufen einen ja hier mit quests mhm das ist der hammer oder so fliechen pampolin kristina holzhausen 10 bis 25 bereich aber sie fliegen uns für 10 silber dorthin machen wir ist ja nicht so schlimm nach holzhausen ja die leute im stream wegs nochmal ein bisschen was von fliegen weil wenn fliegen hinter fliegen 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 hinterher Flieg! Oh jetzt nochmal für Blondinen, wir fliegen hinter anderen fliegen, fliegen, fliegen diese fliegen, die anderen fliegen hinterher fliegen, diesen fliegen auch hinterher. Ne, Flügeln, die fliegen. Und weil Fliegen fliegen heißen, können sie mit ihren Flügeln, die Fliegen auch fliegen. Gibt Sinn, ja. Sowohl hoch hinaus, als auch auf die Fresse. Mops Geschwindigkeit! Mops Geschwindigkeit hinschalten. Ab in den Hyperraum. In den Hyperraum? Hyper Hyper Room. Hyper Hyper, so. Arcadia Feenwald. Ich kenne die Stadt Baumhausen, aber Holzhausen? Jo. Ja, ein Achtel, raus mit dir, tschüss. Da waren's nur noch drei. Jetzt wird's lustig. Ja, jetzt kann's witzig werden. So, wo ist hier das komische Ding denn? Oh, ne, meine Karte aufmachen. Wartengard. Wartengard. Es wartet noch mal was. Rekord, ich darf nicht. Es wätte noch nicht, ich darf nicht. Bitt schon da. Hier, Igo. die grünen er war eine bergung zu wollen genauso trombein holzhausen gerade drin hier fliegt kakichi er sieht doch dann eh auf die karte ich will jetzt mal gucken wo der überhaupt hier irgendwo stehen soll weil er wird ja nicht angezeigt direkt wenn du dich das irgendwie so ein scheiß händler oder sowas ist da lang heiligerin tomba aber jetzt nicht wie es hier wird na also der gelbe fragezeichen wird hier anscheinend nicht angezeigt also musstet ihr hier irgendwo in einem dorf sein mhm nicht unbedingt und hier ne quatsch hier war drei herrn idiot jetzt fliege 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 no asyl wir sind schon voll ist es ein mmorpg was wollt ihr erwarten server ist schon übernastet oder gibt es nicht wir sind in holzhausen geht und sucht den tuwangi ausreißer tomba in holzhausen hier da ja sicht ich suche jetzt jede ecke drehen stein um bis ich den hier von da habe Wo ist dieser kleine Camper? Der hat in den ganzen Flüchtlingslager Hau mich nicht Natürlich müssen sie sich doch unserer Art anpassen Also man sieht, deutsche Standards Deutsche Standard Ey, kann doch nicht so schwer sein, irgendwie so ein Typ hier zu finden In Holzhausen Sehr groß ist das Ding hier nicht Wiggle 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 Alter, wenn es jetzt so weitergeht Und, äh, Krieg Boykottiere ich diese Quest Die kann doch nicht mal für unseren Level sein Die ist Level 19, alt Was soll der Mist? Ich war es nicht Hat mich gefreut, oder? Das ist der, der ist Bullschweinerei, dass sie das nicht anzeigen hier Euch hat wohl jemand hereingelegt Passt gut auf Euch auch Guck mal kurz was Digga, ich guck gleich in den Internet, ist mir egal Guck dich in den Internet, ist mir egal Guck dich in den Internet, ist mir egal Was machen wir jetzt? Ich fände ja kackla Kannst machen nix Zuhause, ne? Sobald du es verletztest, ist keiner mit zuhause, ne? Sobald du es verletztest, ist keiner mit zuhause, ne? Ey, gibt's ja die Al-Qaida, die heißen ihn nur anders Die Al-Qaida Die Al-Qaida Die Al-Qaida Die Al-Qaida kenne ich eigentlich nur auf 300 Ich hab mir gefunden Digga, der ist noch nicht mal irgendwie auf der Karte eingegraviert wegen nisch Der sitzt hier einfach auf seinen hässigen Frosch Frosch? Ich bin hier unten neben diesem Horn in der Mitte Naja, ich bin gerade Ach da Alter Komisch mit Mistvieh So, und jetzt? Das war's, oder? Teleportiert über Tomba in die Tuval-G-Morast und trefft euch mit Rate Also nochmal anquatschen, teleportieren Nach Das geht in der Gruppe Oder wir sind gleich wieder außerhalb der Gruppe Was ist denn das schon wieder für eine behinderte Christ? Ach genau Wir sind nur in der Gruppe Wieso? Wieso? Da ist er, warte Und bitte ihn ausreiß da So, jajaja Oh Gott So, was? Hey, hey Abgeben Ne, ich brauche keine Hilfe Was? Wut 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 Einmal B Wut Zwei die keinen Sinn hatten nur irgend so ein Scheiß vorzustellen so ein Party-Modus eigentlich Alter, man... ne leider nicht hab ich grad geguckt, ob man sagen, weil wir müssen da links irgendwie durch die Stadt in Himmels... keine Ahnung was Himmelszügel stimmt, da stand ja irgendwas drinne, hast du recht ja hab ich schon wieder verjahst ich vergaß ein Wortspiel das ist ein Typ ey, ne ey, mit denen kann man das nicht ernst nehmen, ne? ne, leider nicht ah, ich vergaß das ist ein Typ ey, ne, wirklich ne, vor allem hier links um die Ecke geht's nach Holzhausen, ne? wir sind jetzt wirklich von dem Punkt darunter gesetzt, nur um mit diesen einen Typen zu sprechen ich finde das so behindert Alter Himmelszügel ey, wirklich, wirklich, Alter, die haben hier Questen, ey das ist der Hammer, ey ey, 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 wie schlimm seid ihr denn? oh, ich weiß nicht oh, lewe 22 sind die oh, und seine Passzeit aber, äh, ich mach die 2-Hit die oder die die der die 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 der das so wie immer ein neues gebiet komischerweise die sind schwächer als die basilisten aber noch die andere kwestie mit an so er war mit den kratzen ja ja der hat ja noch irgendwas leichtsinnigen seuchenden suchenden solchen können wir auch direkt abgeben wenn wir die annehmen warum ich hab direkt ein sternchen dafür da hinten und leichtsinnig suchen den herrots brief war ja jetzt mit herrott quatschen und nummer eins ist seit ich gerade ja cool das von der sport sehen ich schwöre hier muss hier ich würde das modellen hier das stein ich schwöre hier die geschwöre das modellen das riesen viel geil ja schwöre der war jetzt nicht geil und zentrum brief zu sie so im zentrum des himmelsügel sie weit im südosten von godrichs form liegt sie das sind hier für riesen viecher ach ja hier diese riesen madeleens das sind die kumas ja sag ich doch ganz flieger und links mit ganz vielen hässlichen kleinen robins die kulturelle schaden vorprogrammiert wird aber gerade dennis ich habe gerade dennis gesehen da ist erledigt so jetzt gehen wir den ganzen weg wieder zurück nur ein wirklicher krieg sequestern hat dann nur um irgendeinen brief bodengang sind anfangs besten kann man das machen auch dort nicht mehr mit level 25 bitte euch natürlich also bitte spielentwickler so also ich würde ein gefasst sagen das war es ist ein ending es ist nämlich vier durch wir können ja noch schnell hier besiege randert um die kumas zu entmutigen und dann können wir ist die quest nämlich fertig alles klar machen wir schnell dann gehen wir nämlich wieder zum lager hoch und da können wir dann rasten und ruhen und masturbieren masturbation wird groß geschrieben aber ganz groß ganz ganz groß so so was soll ich jetzt beseitigen keine ahnung radert wer ist radert ja dieses große dicke fieder das ist das ding da ja das ist gerade na gut das war schon ja jetzt kriegen wir wieder hier so ne tötungsaufgaben alter wie ich das hasse ganz ehrlich leute lasst diesen müll guckst du an diese ganzen einzelnen überall wieder auf der karte bei mir sind das 2 3 1 bei mir sind auch 3 1 also bei mir sind es 3 2 hast du kummer schon erledigt bei den radert ja na klar kurios sehr kurios bei dir so ich brauche dir Hilfe ok dahinten ist die nächste quest denn er war erstmal äh quest hackern beenden oh kann man die nicht ausschalten kacke ganz ehrlich so liebe community happy poison easter halbe stunde erstmal ruhe von uns haben wir noch viel frei salute ute auch wenn wir einen zuschauer haben echt wie viel denn ein das wird bestimmt rico sein unter anderem ja na wir sehen uns auf jeden fall gleich wieder jo jo